und ich lauf rum und guck und dann stehen die, ist kein Witz, dann lauf ich an so zwei oder drei Typen vorbei, so klein, niedlich, unscheinbar und dann fangen die an sich an zu malen, so eine halbe Stunde vorm Gig, im Gesicht. Wo dann so was? Warte, 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 warte. Okay, ich warte, ja, okay. Geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. So, und dann und dann lauf ich da dran vorbei und wie in so einem Comic guck ich nach rechts und gucke wieder nach rechts und dann denk ich, oh, die fragst du doch mal, was die wollen, so, ne, steht aber neben der Bühne oder so. und dann lauf ich da dringend. Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute, nach einer Woche bereits, weil wir ja noch weitere Festivals besprechen wollen. Mit mir jetzt wieder der gute Gerald. Moin, Gerald. Ja, Grüße in die Runde. Da wir letztes Mal ja etwas länger gebraucht haben für nur ein Festival, obwohl wir drei besprechen wollten, habe ich mich jetzt schon sicherheitshalber aufs Bett gelegt und mein Setup da aufgebaut. Also, wenn ihr nachher nichts mehr von mir hört, dann bin ich eingeschlafen. Du hast es dir also richtig schön bequem gemacht, bevor du mich anrufst, ja. Das mag ich nicht, weiß ich. Die Hände bleiben auf der Decke. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Achso, okay. Ja, gut. Was war nochmal unser Safe-Word? Also, ich wollte es nochmal wissen. Gurkenwasser. Alles klar. So, bevor es gleich ans Eingemachte geht, wir besprechen nämlich das Folter-Rekords-Geburtsdach oder den Folter-Rekords-Geburtsdach und hoffentlich dann auch noch das Fimbul-Festival, je nachdem, wie lange das dauert, muss ich noch kurz auf die letzte Folge zum Barter-Metal-Opener eingehen. Du erinnerst dich, dass wir uns ausgiebig über Purnama unterhalten haben, aber keiner von uns eine gewisse Erinnerung an Purnama hatte? Das ist richtig, ja. Ich habe auch einen möglichen Grund zugespielt bekommen, woran das liegen könnte. Haben die gar nicht gespielt oder was? Genau, die waren gar nicht da. Du bist schon wieder nur nach dem Flyer gegangen, kann das sein? Ja, sicher. Ich habe in drei Wochen über 60 Kapellen gesehen. Da kannst du nicht, aber ja, mir wurde dann gesagt, das wäre ja leicht unprofessionell. Da habe ich gesagt, als wer den Podcast sich einmal angehört hat, der weiß, dass wir meilenweit, dass wir alles haben, nur keine Professionalität, dass wir meilenweit davon entfernt sind. Und ja, das wollte ich nur noch mal einwerfen in die Runde, damit die Jungs von Purnama, aus Tschechien übrigens, da weiß ich nicht, ob die sich den Podcast regelmäßig anhören. Ja, vielleicht im deutschen Unterricht weiß man ja nicht. Dass die sich nicht wundern, dass wir so wenig, obwohl wir dann schön über PUR gekommen sind und so. Aber komm, wir schweifen schon wieder ab. Gut, hast du noch irgendwas auf den Herzen, bevor wir loslegen? Ja, tatsächlich. Und zwar eine ganz kleine Anekdote. Es sind ja letzte Woche auch diverse Bands auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, was redet ihr für eine Scheiße? Seid ihr geisteskrank? Das kann ja wohl nicht sein. Nee, tatsächlich ist es so, dass sich der gute Mario von Silent Legis noch bei mir gemeldet hat, weil er unbedingt den Drang hatte, diese Schottenrock-Kontroverse noch aufzulösen. Welchem Clan er jetzt beigetreten ist oder ob er generell einfach so ein bisschen verwirrt ist. Nein, es hatte tatsächlich einen passablen Grund, würde ich jetzt sagen. Wäre doch nicht hundertprozentig Schlüssel für mich. Wenn du schon passabler Grund sagst, dann ist es... Wir wissen ja, dass Mario normalerweise einen recht legeren Kleidungsstil pflegt. Also im Grunde ist das einer der wenigen, die dann gerne in Sweatpants auf die Bühne stolpern. Und normalerweise, wie gesagt, die Ladies haben da als letztes was davon. Wie gesagt, wenn Mario in der Stadt unterwegs ist und graue Jogginghosen trägt, dann wechseln die Leute eh die Straßenseite. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass dieser Schottenrock Teil seines Hochzeits-Outfits war. Also Hochzeit-Outfits war. So richtig. Und ja, der gute Mario offensichtlich zum einen jetzt erstmal unter der Haube ist. Glückwünsche von uns an dieser Stelle. Ja, Grüße auch an William Wallace, seine Ehefrau. Genau, die hat auch die Haare schön. Genau, und dann war es nämlich tatsächlich so, dass er diesen Schottenrock speziell eben für diese Hochzeit getragen hatte. Offensichtlich, weil er sich gesagt hat, Buntfaltenhosen, das ist ja irgendwie so tierisch 1990 oder so. Jedenfalls hat er sich diesen Schottenrock als besonderes Beinkleid irgendwo angeschafft. Und weil seine Eltern bei diesem Gig in Bad mit von der Partie waren und er für seine Mutter ein besonders, ich sag jetzt mal, anständiges Bild abgeben wollte, was natürlich ein hoch ehrenwerter Ansatz ist, hat er sich tatsächlich wieder für diesen Auftritt so gesehen in sein Hochzeits-Outfit geschmissen. Und das war eigentlich im Grunde schon das Rätsel's Lösung. Inwieweit das Sinn macht und ob Hobbyhistoriker jetzt gerade im Dreieck springen, das mag ich gar nicht zu sagen. Aber er wollte sich einfach für seine Mutti hübsch machen. Und ich meine, wenn es irgendwas Black Metal ist, dann doch dieser Gedanke, finde ich. Und das nur mal am Rande erwähnt. Wenn das Black Metal ist, dann werde ich mir in meinem Hinterkopf mein Hochzeits-Outfit warm halten. Nehme ich mein Smoking. Und wenn ich dann irgendwann mal auf der Bühne stehen sollte, dann werde ich diesen anziehen. Weil das ja Black Metal ist. Ich wäre so gespannt, ob du in das verdammte Ding noch reinpasst kannst. Da ich relativ spät geheiratet habe, bewegt sich jetzt nicht mehr viel in der Gewichtsrange. Wäre ich von zehn Jahren verheiratet gewesen, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Ah, ich verstehe. Alles klar. Naja, dann holen wir den Brustplattenspanner und der macht das dann vorne ein bisschen weiter. Das geht dann alles. Sammach. Sammach. Du zeichnest hier gerade ein Bild von mir. Das Schöne ist ja, dass die meisten Leute dich kennen und wissen, dass ich Quatsch erzähle. Wir sind so mit, ja wie gesagt, du bist ja mittlerweile in deinen Sechzigern angekommen. Da darf man sich auch so eine kleine Wohlstandskugel leisten. Das finde ich völlig akzeptabel. So, dann wollen wir zum ersten Festival übergehen. Ja, dann Folter-Rekords-Geburtstag fand statt irgendwie vor ein paar Wochen und zwar, lass mich lügen, vor drei. Genau, Anfang September, dritte, vierte September war das. Genau. Für die Leute, die es nicht kennen, der Jörg, der Chef von Folter-Rekords, der richtet ja auch das Ander The Black Sun aus und das Ander The Black Sun wissen wir alle, durfte leider nicht stattfinden und er hat sich überlegt, er macht dann halt so ein kleines Ding passend zum 30-jährigen Geburtstag seines Labels und das hat auch bei dieser Freilichbühne stattgefunden, mitten im Nichts, wo sonst auch das Ander The Black Sun stattgefunden hat und bis auf eine etwas abgespeckte Running Order, also statt drei nur zwei Tage, hat sich das sehr geähnelt zu dem, was sonst beim Ander The Black Sun stattfindet. Ja, wie sind denn so deine generellen Eindrücke, wenn du so an das Ander The Black Sun denkst oder jetzt auch an den Geburtstag? Ja, das Ding ist ja natürlich, dass eben dieses Festival ja, sieh mal, das ist meine alte Heimat, wenn du so willst, ich fall quasi aus meiner heimatlichen Haustür und bin quasi schon in Friesack und dementsprechend, also ja, die Location ist einfach da hängt Herzblut dran, auch für mich und das ist, das hat alles sowas Heimatliches, ich könnte, naja, genau, ich hätte jetzt fast völkisch gesagt, aber nee und das hat, wie gesagt, man ist immer so ein Stück weit, als wenn man nach Hause kommt und ich habe mich damals, also ich meine gut, Friesack hat uns ja damals beim ersten Ander The Black Sun, das wir dann in Friesack ausgerichtet haben, uns auch der aber den Mittelfinger gezeigt beziehungsweise die Wettergötter und haben uns erst mal drei Tage Regen geschickt, aber als diese, ja, ich sag mal so, diese erste Generalprobe mit all den Katastrophen, die so passieren können, hinter uns gebracht war, die übrigen Jahre, die dann stattgefunden haben, waren immer nur einfach großartig, wie gesagt, die Location ist geil, du bist eingerahmt von Bäumen, weißt du, du hast überall grün, du hast es überall schön, du hast gleich ein kleines Dorf in der Nähe, wo du dann irgendwo auch die nötigsten Sachen ranholen kannst, die Leute, für die ist das eben wie so ein großes, auch guck mal, was ist jetzt los, aber die freuen sich natürlich alle um den Umsatz, das ist so, ja, ist einfach, ist einfach angenehm, ist einfach angenehm, es ist wie gesagt, so genau auf dieser Mittellinie, wo so ein alter Knacker, wie ich dann irgendwo sagt, oh, hier kann ich ja noch, hier kenne ich mich noch aus und hier muss ich auch nicht so weit laufen und dann kriege ich es auch nicht so im Rücken, das ist eigentlich eine schöne Sache und ja, darüber hinaus, wie gesagt, also Jörg, der ist ja da wirklich tiefenentspannt, was die Veranstaltung angeht und ja, damals, wie gesagt, beim ersten Mal haben wir alle hart gezittert und jetzt hat sich das mittlerweile so eingeschliffen, dass für mich eigentlich im Grunde vollkommen zweitrangig war, ob jetzt UTBS oder eben Folterfest, Hauptsache es findet statt, weil ich wusste, wenn es dann da stattfindet, dann wird das bestimmt geil und auch wenn es dieses Jahr schon, naja, so ein bisschen so eben mit dem Termin schon so ein bisschen Fuß kalt wurde, gerne zu späteren Stunden, war es trotzdem eine geile, geile Sache, also auf jeden Fall, da kannst du echt nicht meckern. Fußkalt? Genau, so mein erster Eindruck. Also, also ich, ja gut, das hat natürlich auch, ich habe abends aber auch nicht gefroren, muss ich sagen. Na, natürlich nicht, aber das, du hast ja auch, du weißt ja auch, wie du deine Körpertemperatur erhöhst, das weiß ich ja. Ja, ich bewege mich viel, wo wir wieder beim Figurthema wären. Richtig, du bewegst dich in der Tat viel und du hast dich auch, irgendwann habe ich gesehen, auch mit einer Zeitung auf der Bank eingerollt. Das finde ich ganz schön, man muss auch mal Ruhepausen einbauen, aber ansonsten ist natürlich klar, wenn man irgendwo ein, zwei Bierchen zischt und so, dann ist das natürlich eine Sache, die man gar nicht so krass mitkriegt. Aber, wie gesagt, mit fortgeschrittenem Alter und die Gicht, die macht mich müde, das ist schon. Da ist ja auch keine 20 mehr. Man ist keine 20 mehr, da hast du dann eben, keine Ahnung, mit hochgeräufeltem T-Shirt irgendwo in der Gosse gelegen, weißt du, am nächsten Tag bist du aufgewacht, hast dir die Nase geschnaubt, hast du weitergemacht. Heutzutage brauchst du eine Woche Urlaub nach so einer Nummer. Ja, man wird nicht jünger, aber da kommen wir alle im Endeffekt hin. Auch die jungen Burschen, die sich jetzt noch komatös saufen können. Mir ist da aufgefallen, ich rede ja öfter mal über Jörg, der mal hier und da mal ein bisschen kauzig rüberkommt, und zwar im positiven Sinne kauzig. Ich erinnere mich, dass wir am, ich glaube Freitag war das, morgen bin ich am Gelände aufgetaucht und ich musste noch für meinen normalen Job etwas tun und dann sitze ich da in dem Backstage-Bereich, der diesmal leider nicht die Qualität hergegeben hat, wie sonst immer, weil das Catering halt quasi ausgefallen ist und die Party ausgefallen ist. Ja, ja, das hat alles gefehlt, stimmt schon. So, und dann sitze ich da und arbeite für meinen normalen Job und dann fängt Jörg einfach locker flockig an, ganz alleine, ohne Hilfe, obwohl da ein paar Crewmitglieder rumliefen, einfach mal so Bierbänke und Tische einzuräumen. So ganz alleine, so 50 Stück oder was? Ich sage, Jörg, sag mal, brauchst du Hilfe? Sagt er, ja, wenn du jetzt mal kannst, wäre natürlich gut, wenn du mal anpackst. Aber das mag ich ja so an Jörg, weißt du, der ist Veranstalter, der hat ja Crewmitglieder und trotzdem ist er sich nicht zu fein, selbst anzupacken, wo es nur geht. Und dann auch nicht, der hat auch Fässer geschleppt und hin und her gefahren den halben Tag. Oh ja, das habe ich auch schon miterlebt, ja. Das finde ich super, weil da kenne ich natürlich viele andere Veranstaltungen, wo natürlich ist auch die Größe eine andere, wo das halt so nicht passiert, wo da nicht der Veranstalter in vorderster Front steht und wirklich überall mit anpackt, wo gerade Hilfe benötigt wird. Und da gab es dann noch so eine Situation, da sind so zwei Absprachen, haben dann nicht stattgefunden. Also die Gulaschkanone, die eigentlich geplant war, ist einfach nicht gekommen, war nicht mehr erreichbar. Dann gab es Probleme mit dem Shuttle für die Künstler, war auch ein bisschen was mit Unzuverlässigkeit. Und der Mann hat so, der wirkte so, ja, dann ist das jetzt so. Ich gucke mal, ob ich was irgendwie anders hinkriege. Aber dann ist das so. Während andere dann in Hektik ausatmen. Ich wäre auch so einer, ich würde ja cholerisch durch die Gegend und würde ja Panik kriegen, dass das nicht funktioniert. Ist er total entspannt und hat sich dann um Alternativen gekümmert. Hat dann auch jemanden gefunden, der da eingesprungen ist, zumindest fürs Essen und auch fürs Fahren. Und deswegen kann man Jörg einfach nur lieben. Jörg, ich weiß, dass du das hörst. Das ist wirklich ehrlich gemeint. Du bist einer der ehrlichsten und wirklich authentischsten heute noch Black-Metal-Fans, die ich kenne. Das ist tatsächlich so. Du, das ist, ich meine, ich bin jetzt mit Jörg jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so Mensch, wir haben schon Brüderschaft gesoffen, aber es ist tatsächlich so, dass ich, erst mal hast du natürlich dieses, dieses für mich sehr lums, diese sehr lumswerte Eigenschaft, dass du einfach durch, durch Vorbild leitest und nicht etwa durch Anweisung oder durch hier, durch so einen besonders, ich sage jetzt mal so einen besonderen Chefton, sondern dass du immer erst mal zeigst und dann andere sozusagen sich an deinem Vorbild orientieren und sagen, oh, dann mache ich jetzt mal auch mit beziehungsweise ich frage zumindest nach, ob ich jetzt gebraucht werde. Das ist für mich immer eine sehr, sehr lumswerte Eigenschaft. Auch wenn das, ja, wenn ich mich noch heute daran erinnere, als er mir das Bierfass auf den Spann geschmissen hat. Aber ich nehme bis heute an, dass es keine Absicht war. Du bist so süß. Ja, richtig, genau. Und darüber hinaus, gerade auch so was, was Folter selbst angeht und so weiter, da sind, weißt du, seit 30 Jahren irgendwo dabei und auch wirklich jede, jede Modeschwankung, jedes, ach, Black Metal ist tot und Black Metal ist ein alter Hut und harte Musik und extreme Musik, kauft doch kein Schwein mehr und so weiter, einfach immer stur seinen Stiefel durchgezogen, weißt du. und dabei vielleicht auch so manchen, ich sag jetzt mal so manchen Ladenhüter irgendwo auf die Welt losgelassen, aber eben auch absolutes Top-Material, weißt du, und das hat sich immer so eine schöne Waage gehalten und ja, wenn man einfach mit der Zeit irgendwann zu stur wird, um aufzugeben, dann finde ich, dann ist das immer was sehr Schönes, weißt du, weil dann eben tatsächlich irgendwelche Strömungen so von außen, die an so einen herangetragen werden, einen dann auch gar nicht mehr tangieren und dann sind auch solche Sachen wie zum Beispiel so kleine Problemchen wie hier das Essen fällt aus und so, ja, das passiert dann, aber dann denkst du oder gehört mit Sicherheit zu den Charakteren, die dann in dem Moment nicht denken, scheiße, was mache ich jetzt, sondern der sofort irgendwo anfängt zu rattern, okay, was können wir jetzt erledigen, wie können wir das jetzt auf die Beine stellen, also da fängt sofort der Lösungsmechanismus an, die Panikphase wird komplett ausgeklammert und dann wird zielorientiert gearbeitet und sowas finde ich, ist ausgesprochen löblich und das siehst du da auch einfach und wie gesagt, wenn er dann, und das ist auch jemand, der dann irgendwie und jetzt will ich kein Diss in eine andere Richtung schicken, aber der dann einfach gesehen hat, als dann sozusagen von außen Hilfe an ihn herangetragen wurde, dann wurde das nicht von ihm fehlinterpretiert als vermeintlicher Übernahmeversuch, sondern eben als etwas, wo Leute einfach sich nur die Hand reichen wollen und sagen wollen, weißt du was, lass uns doch gegenseitig supporten, da kommt bestimmt was Gutes bei rum und das Ergebnis spricht ja für sich, und das ist eine Art von Flexibilität, die dann trotzdem, trotz dieses Altersdaseins immer noch vorhanden ist, die dann so eine richtig schöne Gesamtkombination abgibt, wo du dann eben eine Person hast, mit der du exzellent zusammenarbeiten kannst, das nur mal am Rand erwähnt. Ja, und was ich ein bisschen befürchte ist, da habe ich jetzt mit Jörg spezifisch nicht besprochen, aber Jörg hat halt so eine Art, so eine freundliche, zuvorkommende Art, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch ausgenutzt wird von Leuten, die vielleicht nicht so, ja, nicht so clean in ihrem Charakter sind, möchte ich fast meinen, aber das ist nur ein subjektiver Verdacht, aber es sind halt so Leute, die halt hier und da gerne mal ein Problem kriegen damit, und wenn das so wäre, würde es mir sehr leid tun für Jörg, weil ich glaube, Jörg ist ein durchweg guter Mensch. Na du, es gibt so viele Arschgesichter da draußen, weißt du, selbst in, ich meine, in so einer Größenordnung, in der sich er bewegt, also so wirklich auch mit der Lebenserfahrung, die er jetzt schon hat, also da werden zahllose dabei gewesen sein, die gesagt haben, okay, ich ziehe meinen persönlichen Stiefel durch, ich will hier meinen persönlichen Stich landen, so was passiert und dass du dich dann eben davon nicht beirren lässt beziehungsweise nicht unterkriegen lässt, sondern einfach weitermachst, immer einen Schritt vor den anderen. Ich sage dir das ganz ehrlich, in unseren kurzweiligen Zeiten, da ist, ja, ist so diese, diese Standhaftigkeit, das ist das Einzige, was im Endeffekt langfristig dafür sorgt, dass du, ja, deinen Namen tatsächlich auch so in diese Szene eingravieren kannst. Weißt du, es gibt permanent Versuch und machen Leute irgendwelche Labels auf, gründen irgendwelche Bands und so weiter, stellen sich kurz für zwei Wochen an die YouTube-Front, merken, dass das nicht so klappt und verpissen sich dann wieder und das ist an und für sich auch eine feine Sache. Aber du landest damit eben keinen Stich, du musst damit eben, du kannst damit überhaupt gewinnen. Konsequenz und, ja, so eine Konstanz, das ist das Einzige, was dich über die Jahre retten kann, ne? Und, ja, das hat er eben tatsächlich, das hat er scheinbar mit der Muttermilch aufgesogen und das ist ja was Gutes. Dann würde ich gerne mal zum Line-Up kommen und zwar gab es am Freitag schon die erste Veränderung. Diesmal, siehst du, professionell habe ich mir das noch mal hinter die Ohren geschrieben. Aha, okay. Und dann hast du dich gedreht, während du versucht hast, das zu lesen. Ja, genau, genau, genau. Und da gab es schon den ersten, oder was weiß ich schon, die einzige Veränderung. Ich durfte ja Stage-Manager machen, mal wieder dort. Und ich muss mir sagen, ich glaube, diesmal hat es mir am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, wir hatten auch bis auf einmal am zweiten Tag ein kurzes Hindernis, wo wir ein paar Minuten Verspätung hatten. ist das auch alles super gelaufen. Die Bands haben funktioniert. Das hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Aber zurück zum Line-Up, ist ja auch wurscht. Van Helga sind ausgefallen, die ursprünglich geplant waren. Da habe ich mich sehr drüber geärgert. Van Helga ist so eine Band, aus Schweden kommen die, die ich auf Album selten bis nie höre oder hören kann. Das finde ich, ich meine, ich stehe auf Monotonie und Eintönigkeit, aber das ist mir eine Spur zu monoton, zu eintönig. Aber live ist das eine Bank. Und die hatten leider einen Unfall und konnten deswegen nicht spielen. Dafür sind, und jeder kennt sie, die Iraner von Paganen, Beaton, Victoriouses, Mock und wie sie alle heißen. Die haben irgendwie 80 Kapellen. Das ist ein Sammelbegriff 5 hier. Diese drei, genau, und die kamen dann mit einem ganz neuen Projekt, was ich noch nie gehört habe vorher. Samon Ensemble nennen die sich. Okay. Und das ist so ambient. Noch nicht mal Black Metal, es ist so okkulte Ambient Musik. So wie, wie kann man das vergleichen? Ich hatte jetzt fast gesagt, wie diese ganzen Ambient Nummern von Bursum, aber halt in Okkult quasi. Ah, das war das. Das siehst du, als ich noch in meinem Testzelt saß und mich gerade noch irgendwo hab Nasen vergewaltigen lassen, da, ja, da hörte ich im Hintergrund so, ich dachte so, wer ist denn jetzt auf seinem Keyboard eingepennt? Aber das war das. Gut zu wissen. Ja, und die haben dann auch so eine okkulte Show abgeliefert, da sind sie ja bekannt für. Und, ähm, sonst gibt's da nicht viel zu sagen. Also es war viel mit Akustik, viel mit Keyboards. Ähm, die Obligator, das hat, was sie ja öfter machen, ist so eine, klar, so eine Art Opfermesse, Ritual auf der Bühne mit einer Person, die Weihrauch verstreut und Totenköpfe hochhält und satanische Signale zeichnet und so weiter und so fort. Also optisch war das wieder mal, war das wieder mal so ein Ding, wo man eintauchen kann. Ähm, ganz klar, aber dieses Ambient Black Metal finde ich auf dem Album mal so zwischen so zwei Krachern oder so mal ganz erfrischend, ganz angenehm, aber, äh, ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, wenn's jetzt ein Ambient Festival geben würde, dass ich da hinfahre, vielleicht wegen der okkulten Atmosphäre, wenn da so Bands zum Beispiel wie Coven oder so noch dabei kommen würden, aber, ähm, so selbst ist das eine Musik, die mich nicht catcht, das ist tatsächlich so. Naja, du, das ist auch, wie gesagt, das ist auch wirklich stimmungsabhängig und ich hab persönlich für mich so, gerade wenn's so um diese, äh, Dungeon-Symph-Szene geht, bin ich auch wirklich so jemand, der sagt so, also für mich macht den eigentlichen Charme das Ganze, ich meine von der, von der, von der, äh, kompositorischen, äh, von dem kompositorischen Blickpunkt aus, ist das für mich eigentlich oft eben, ja, ja, da ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, Mensch du, da klatsch ich aber vor lauter Begeisterung in die Hände, aber, was es eben ausmacht, ist dieser, oft werden ja da spezielle, ähm, es sind die Sounds gewählt, die dann so einen, so einen schönen Old-Scoot-Charakter haben, so einen Retro-Charakter, weißt du, wo du dann dich oft irgendwie erinnert fühlst an irgendwelche alten Games, die du immer gezockt hast, oder, äh, das trifft noch den Punkt, genau, und dann hast du diesen, dann kommt dieses nostalgische Gefühl in dir hoch, dass du das Gefühl hast, du bist gerade irgendwo, keine Ahnung, 20 Jahre zurück, und damals eben mehr oder weniger aus der Notwendigkeit, oder weil halt nicht mehr an Skills oder an Technik vorhanden waren, hat das Ganze dann eben so einen Retro-Charme, wo ich denke, da fühle ich mich dann manchmal so ein bisschen in die alten Zeiten, als du auf ein NES dann noch irgendwo Hard Doom gezockt hast, zurückversetzt, und das ist natürlich so eine Sache, da macht das für mich dann auch wieder Sinn, allerdings jetzt für mich da wirklich, ja, wo du gerade saßt, ein Ambient Festival, ich stelle mir das gerade so vor, weißt du. Ja, da kannst du dann so Bands wie Caldava oder so holen, und dann kiffst du da, oder nimmst ein bisschen LSD, und setz dich dann einen Tag vor die Bühne, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ja, aber ich glaube, die ist Zuschauung von Substanzen, ist dann notwendig. Aber diese biersaufenden Rocker-Typen, ich glaube, das ist da, dann wird's ein bisschen, dann wird's ein bisschen dünn vor der Bühne, glaube ich. Das würde mich interessieren, wie lange das wohl gut geht, bevor der erste Klappstuhl geflogen kommt. Das würde mich echt interessieren. Ja, also, wie war das gewesen, hat das nicht von Peanuts irgendwo mal gehabt, hier irgendwo von wegen, äh, spiel doch mal was Düsteres, spiel mal nur die schwarzen Tasten. Ja, genau, spiel doch mal nur die schwarzen Tasten. Ja, das ist, äh, das ist, genau, richtig, wir waren beide verwirrt, das stimmt. Ja, letztendlich sind die Iraner nette Leute, ohne Frage, die haben danach das Wochenende auch noch auf dem Bierwagen mitgekloppt, weil irgendwie, äh, Jörg auch zu wenig Personal hatte, ähm, äh, die packen ja dann auch immer mit an, wenn die irgendwo sind, auf einem Festival spielen dürfen, dann, dann ist, beim Barter erinnere ich mich, haben die sogar mal, äh, die Toiletten gereinigt und, also das sind, äh, also unheimlich nette, hilfsbereite Menschen. Also menschlich passen die auch. Absolut, du kannst, du kannst von den, wirklich von der Mucke halten, was du willst und über Sinn und Unsinn von 10.000 Projekten diskutieren, aber, ähm, das ist für mich so, diese beiden sind so, für mich so, äh, dieser Inbegriff, dass du, ich meine viel davon und ich weiß es einfach, weil es mir eben auch oft sehr viel davon wird einfach belächelt, von ihrer Performance wird belächelt, über die Art, wie sie sich präsentieren und so weiter und, äh, ganz oft hast du dann so, ja, ja, das sind die und das, naja, die haben halt so ein bisschen einvermüllt, aber Fakt ist, dass die ihr gesamtes Leben dieser Szene gewidmet haben. Absolut. Inklusive allem, was dazugehört, weißt du, und, ähm, das ist eine Sache, die können wirklich nicht viele von sich behaupten, die leben und die atmen diesen Scheiß wirklich von früh bis spät und wenn das bedeutet, dass sie, um zum Beispiel ihre Musik live präsentieren zu können, an anderer Stelle vielleicht mal mit anpacken und wenn sie sogar ein Feudel schwingen müssen, dann machen die das, dann machen die das und stellen sich nicht hin, die würden nicht zu einer Sekunde sagen, nee, das ist unter meiner Würde, das mache ich nicht, sondern die leben und atmen das und die sind da voll mit beiden Händen drin und wenn sie dir bei Scheiße durchwühlen müssen, dann ziehen sie auch das durch, weißt du, und das ist eine Einstellung, eine absolut kompromisslose Einstellung, die nicht nur ihresgleichen sucht, sondern die mir auch eine Menge Respekt abnötigt, obwohl ich es trotzdem immer wie lustig finde, seine Merchandise-Kiste zu sehen, ich greife da einfach nur so aus purem morbiden Interesse manchmal durch, weil ich sage, ich habe noch nie so viel abgefuckten Scheiß gesehen, aber, äh, wie gesagt, es passt einfach mit ins Bild, die, äh, die sind da einfach voll drin, und das ist cool, das ist wirklich nicht schlecht. Und, äh, die sind ja auch kreativ auf der Bühne, auch belächelt hin oder her, die sind ultra kreativ, die lassen sich immer was einfallen, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen und in den meisten Fällen klappt das tatsächlich. Und dann erinnere ich mich noch an den, äh, Stahlbeton-Gig, als die bei uns beim Stahlbeton waren mit Beat and Victoriouses und den fand ich bockstark. Leider nur eine Spur zu kurz, aber bockstark. Und, ähm, das Wichtigste haben wir dabei vergessen. Die haben ja den Iran verlassen, weil sie ja da verhaftet worden wären aufgrund von ihrer Lebensweise. Überleg dir das mal. Und die können nicht zurück in ihre Heimat, weil sie da, ich möchte die Strafen nicht aufzeichnen, ich kenne jetzt das juristische System in diesem Gottesstaat nicht, aber aufgrund ihres Auftretens kann ich mir schon vorstellen, dass da drakonische Strafen waren. äh, warten würden. Und das ist natürlich auch nochmal ein Opfer, wenn du nicht mehr zurück in deine Heimat kannst. Überleg dir, es ist genau, das spielt dir da alles mit rein, weißt du, also du kannst eben wirklich nur Respekt dafür zollen, für diese absolute Kompromisslosigkeit, in der sie ihren Lebensweg beschreiten. Und das ist etwas, weißt du, ähm, überleg mal, also gerade so in letzter, ich hab mich da in letzter Zeit auch mit verschiedenen Personen einfach drüber unterhalten, ähm, gerade jetzt, wo es eben wieder losgeht mit Konzerten und wo viele dann eben einfach sich hinstellen und sagen so, ja, ähm, ja, naja, jetzt gehen wir wieder auf die Bühne, aber, ne, ja, das ist schon okay. Naja, wenn wir da irgendwo so ein paar Leute da nicht reinlassen durften, das ist auch okay und so. Da stellt sich keiner hin und sagt sich da, äh, okay, äh, wenn jetzt nicht alle unsere Fans, die uns letztes Jahr supportet haben und Jahre davor jetzt nicht hier sein dürfen, dann spielen wir einfach nicht. Weil das ist nämlich ein Geben und Nehmen und, äh, damit sagen wir das Konzert ab und wenn ihr den Rest durchziehen wollt, ja, dann macht das aber nicht mit uns. Wir lassen uns von niemandem vorschreiben, schon gar nicht von, äh, irgendwelchen Regierungen hier, wie wir was zu spielen haben und vor allen Dingen wann und mit wem. Ähm, das ist eine Sache, die es heutzutage gang und gäbe und jede Art von, ich sag jetzt mal, von Rebellionen, die dieser Szene eigentlich innewohnen sollte, ist, ne, zu Hauskätzchen verkommen. So, und wenn du dir dann überlegst, dass es da Leute gibt, die sogar ihre Heimat und ihre Familien verlassen, nur damit sie ihre Kultur weiter, also ihre eigene, ihre sich selbst angeeignete Kultur irgendwo weitertragen können und weiter, äh, 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 praktizieren können, dann fällt dir zu solchen Sachen, zu solchen weichgespülten Verhalten auch nichts mehr ein. Ganz ehrlich. Aber das ist eine ganz eigene Kontroverse, äh, die mir in letzter Zeit wirklich hart auf den Puffer geht, gerade so, wenn du dann irgendwo die Selbstverständlichkeit siehst, mit der viele Veranstalter dann heutzutage sagen, ja, pö, ist halt einfach so, ne, gerade, ich rede gerade von den Großen hier aus Süddeutschland und so weiter, ja, dann lassen wir euch nicht rein, das ist doch Pech für euch, ne, hättet ihr auch, ne, könnt ihr auch was anderes machen oder so. Das sind so Sachen, weißt du, da, ne, platzt mir der Kragen, aber das ist, wie gesagt, ein eigenes Thema. Danach, bin doch gerattet. Genau. Danach kam Frantic Aggressor, also Frantic Aggressor, muss ich sagen, äh, der Erik, der Sänger der Band, äh, ist, äh, jetzt die rechte Hand von Jörg, bei organisatorischen Dingen und, ähm, ich habe, äh, Erik nochmal ganz neu kennengelernt, äh, bei diesem Festival, an diesem Wochenende, sehr zugänglich, sehr freundlich, sehr engagiert und, ähm, ja, was soll ich zu Frantic Aggressor sagen, Frantic Aggressor haben ihre Fans, aber ich habe, äh, vor, boah, vor einem Jahr oder so mit Erik mal drüber gesprochen, wir haben ein neues Album rausgebracht und die Art des Black Metals, den die spielen, der kommt bei mir nicht an. Ich überlege, wenn ich, wo ich mir das Album das erste Mal angehört habe, wann würdest du dir das Album anhören? Die, du kannst dich da nicht zurücklehnen mit einem Glas Rotwein oder einer Flasche Bier und dabei, äh, ja, in dich kehren. Das ist so, wenn ich die Musik beschreibe, Machine Gun Black Metal, also das nur geknüppelt die ganze Zeit. Ja. Äh, wenn du denkst, jetzt fängt ein Riff gut an, zack, äh, geht's geknüppelt wieder los und ich hab mich mal überlegt, wann kannst du das denn hören? Vielleicht, wenn ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ja ein riesiger Fan von Berlin, ich find diese Stadt ungefähr das Schlimmste, was sie in Deutschland ist, aber, da, wenn ich da die Ringbahn fahre den ganzen Tag, dann könnte ich mir, glaube ich, wenn ich sehe, was da für Leute rumlaufen, ich glaube, dann könnte ich mir die CD antun, aber ich wüsste nicht, wie ich das höre. Und das hat nichts damit zu tun, dass die schlechte Musiker sind, im Gegenteil, tolle Band, tolle Leute, ohne Frage, nur bei mir kommt die Musik halt nicht an, aber live liefern sie ab, also immer volle Energie und, äh, und der Bassist dort, ich glaub, dass der Bassist, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ist ja auch wurscht, äh, hatte einen kaputten Fuß und wir mussten da einen Stuhl auf die Bühne stellen, dass er sich zwischendurch mal hinsetzen konnte. Joa, das ist so nett von euch. Ja, so sind wir, ähm, aber tolle Leute, äh, die haben ihre Fans, die Leute sind abgegangen, ohne Frage, viele Leute vor der Bühne, die haben Gas gegeben, ähm, haben auch hart gefeiert, aber wie gesagt, da bin ich dann keine Instanz, äh, Instanz in dem Fall, weil bei mir die Musik nicht zugänglich ist. Wird von Erik dadurch natürlich immer belächelt, weil wenn ich dann mal so, in Anführungszeichen, softe Black Metal, äh, äh, Alben vorstelle zum Beispiel, wie Ultra oder irgendwas aus dem Vendetta-Universum, äh, ja, du hörst ja Black Metal, in Anführungszeichen, so nach dem Motto, aber damit kann ich um, also ich, mit Erik komm ich gut aus, damit kann ich um und, ähm, ist halt nur die Musik, die bei mir nicht ankommt, durchdringend. Du hast wahrscheinlich auch einfach mal kurz nochmal umrissen, wie es auch zu den Bandnamen kam, weißt du, weil im Berliner Ring Auto zu fahren, weißt du, da wirst du ja quasi unfreiwillig zum Frantic Aggressor und darüber hinaus, äh, du, weißt du, das ist ja genau das, da sind wir uns echt nicht unähnlich, wir beide, ne, also wann immer Leute auf uns zukommen und sagen, was bist du denn für eine Pussy, hörst du hier die ganze Zeit nur irgendwelchen veganer Black Metal, ne, sowas kann ich natürlich irgendwo mittlerweile wirklich belächeln, aber ich mag ja auch solche Hardliner, wenn sie mir nicht auf die Nüsse gehen, ne, wenn man sozusagen sich so ein bisschen freundschaftlich die Bälle zuspielt und sagt so, ja, du bist eine Muschi, nee, du bist eine Muschi, dann ist das schon okay, dann kann ich damit echt gut leben, weißt du, aber Leute, die einen dann von oben herab hier behandeln wollen und so tun wollen, weißt du, als hätten sie selbst irgendwo den Geschmack gepachtet, weißt du, und dann vielleicht irgendwo, keine Ahnung, morgen wieder auf Facebook Fotostories mit ihrem Hundchen machen, weißt du, da ist für mich dann, wo ich dann sage so, jeder von euch irgendwo kocht nur mit Wasser, also haltet mal alle den Ball flach, ne, so. Naja, aber du hast absolut recht, wie gesagt, also ich bin mit dem Sound, komme ich persönlich gar nicht klar, bin ich ganz ehrlich, ne, und auch auf dem, bei der Live-Performance und so weiter, der Bass hat mir da alles viel zu sehr zugebirgt und dafür war der Bass in meinen Ohren oder Ohren auch nicht, ja, also das war jetzt keine kompetent genuge Performance, wenn das überhaupt eine Formulierung ist, um zu sagen, der muss derartig in den Vordergrund gestellt werden, dass der alles zubratzt, also, das hat mir auch alles irgendwie so von der Ausgewogenheit nicht so richtig irgendwo was gegeben, ähm, aber so klassische Up-Tempo-Parts und so weiter, da wippst du natürlich unfreiwillig mit, ich gebe aber gerne zu, dass ich, äh, das ist da aber, das ist aber da die, äh, leider eine Seltenheit, aber, das waren so die Momente, wo die rausgestochen haben, wo ich dann sagte so, oh, ja, 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 scheiße, schon vorbei, und, ähm, das ist das Ding, weißt du, deswegen würde ich mir, also, da würde ich mir jetzt auch keine Kanne Tee zu machen zu dem Album, weißt du, und, ja, also von daher, ist ja cool, aber das Schöne ist ja, dass ihm das wahrscheinlich komplett egal ist, und das finde ich auch gut so. Ja, äh, ja, natürlich, wir, wir äußern das ja nur als Fans oder so, und, äh, oder so, genau, im weitesten Sinne, im weitesten Sinne, ähm, und, äh, es wäre ja schlimm, wenn wir beliebig wären, wenn wir wirklich alles, äh, mögen würden, nee, das würde ja, das würde ja auch nicht echt sein, also, es gibt, es gibt, wie gesagt, die Musik ist schnell, das ist geknüppelt, er sitzt best, also, es ist nicht so, dass da keine Energie stattfindet, und Leute, die wirklich auf Knüppel Black Metal stehen, und Frantic Aggressor noch nicht hören, äh, denen lege ich mal das neue Album, äh, ans Herz, sollen sie mal eine Chance geben, ich glaube, für viele, die auf dieser Musik stehen, die werden dieses Album zu schätzen wissen, weil unerfolgreich ist es ja nicht. Nö, du, wie gesagt, es gibt genug Chaoten da draußen, die genau diese Art von Musik mögen, und die sich da auch, selbst Tateiden drauf feilen, äh, ja, die Art von Black Metal zu hören, die selbst Black Metal Fans abstößt, ähm, find ich super, ist, ist völlig legitim, weißt du, ich bin ja auch kein so ein Freund von irgendwelchen War Metal Bands oder Ähnlichem, ne, find ich, völlig belanglos austauschbar und stumpf, aber es gibt auch genauso Leute da draußen, die das absolut feiern, und wie gesagt, ne, wenn du da deine Freude dran hast, bin ich der absolut Letzte, der das in Abrede stellen würde. Also, jeder sagt seiner Fasson, ne, das war schon immer so, sollte immer so bleiben. Äh, da kenn ich allerdings jetzt, noch eine Band, äh, kann es natürlich sein, dass ich da ein bisschen beeinflusst bin, weil es lokal geprägt ist, aus Greifswald, die auch so dieses War Black Metal machen, äh, Burning Cross aus Greifswald, weil die tatsächlich diesen, diesen, diesen Bereich haben, äh, dass sie, wenn sie diese Abtempo Parts, Mittempo Parts haben, dass sie die wenigstens ein Minütchen länger spielen, und man da so ein bisschen in, in die Musik reinkommt, und, äh, dann losknüppeln. Ähm. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, dieses, man wird sozusagen reingeleitet, so, ne, äh, im Galopp Tempo, und, ja, wenn es dann, wenn dann losgebolzt wird und so, dann trägst du das schon eine Weile, aber wie gesagt, du sagst es völlig richtig, also, ne, auf Dauer, na, ja, aber mit der, ich fühle mich aber gerade mit meiner eigenen Aussage nicht wohl, wenn ich Burning Cross mit Frentical Grasso vergleiche, da muss ich nochmal in mich gehen und, äh, überlegen, äh, was mich daran tatsächlich stört. Ja, genau, am besten du schreibst nochmal ein Essay, so mit 150 Worten. Ja, mach ich. Und das finde ich gut, dann reichst du das ein. Jetzt kommt, wie noch immer. Jetzt kommt eins meiner ersten Highlights vom Wochenende, und zwar, nicht nur, weil sie musikalisch total super waren, sondern auch menschlich unfassbar geile Leute sind, und zwar, obwohl ich das natürlich jetzt ganz oft sagen werde, dieses Wochenende, ich habe so viele coole Leute in Bands kennengelernt, ähm, wie es selten der Fall ist, wenn ich irgendwo arbeite auf einem Festival, tatsächlich. Und zwar ist das Satan Worship aus Berlin, glaube ich, kommen die tatsächlich auch. Und, äh, die spielen, also rock'n'rolligeren Black Metal, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ich tue mich immer schwer, das so zu kategorisieren, weil ich das Gefühl habe, neun von zehn Leute sagen, was erzählt denn der gerade für einen Scheiß? Ähm, die sind aber von mir beeinflusst, nicht nur, weil die Musik eingängig ist, äh, schön gespielter, rock'n'rolliger, leicht trotziger Black Metal, weil die Leute auch so super waren. Also wirklich, wenn die Leute, wenn ich die Leute super finde, ist es vorbei mit meiner Neutralität und Objektivität, äh, wenn die dann noch zwei, drei gute Lieder haben, dann finde ich die super. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Na wieso, du musst ja keinen Vorwurf machen. Ich meine, du bist ja auch immer näher nah dran in der Materie, so als Stage Manager hast du mit jeder dieser Nasen zu tun und, äh, kannst du eben auch so richtige Wichsfinger dann auch irgendwo von den korrekten Leuten unterscheiden. Und, ähm, das finde ich, äh, ja, ist ein Vorteil, den du hast, ich habe ja letztes Mal schon erklärt, dass ich mich eigentlich ganz wohl damit fühle, äh, vielen von diesen Gestalten irgendwo gar nicht zu nahe zu kommen, weil, wie gesagt, äh, in der Vergangenheit oft genug gemerkt, ah, Wichser, nee, brauchen wir nicht. Aber, ähm, ja, ne, ich freue mich natürlich auch, wenn du dann irgendwo sagst, so, ja, Mensch du, das sind einfach korrekte Leute, dann habe ich quasi durch dich, äh, ja, erfahren dürfen, dass das, äh, ja, Menschen sind, mit denen man zum Beispiel auch mal irgendwo an anderer Stelle buchen könnte oder ähnliches, ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Daner Putz International. Panischida. Was wäre, wo? Panischida oder Panischida oder Panichida. Ausrichtig. Genau, irgendwas habe ich da Leuten gehört, dass das wohl was ganz, äh, Besonderes sein soll. Ähm. Die waren richtig gut. Also, das war wirklich, warte, ich gehe mal den ersten Tag durch. Ah! Ich würde sagen, mit, eine Band, die noch später kommt, vielleicht sogar noch zwei, äh, der beste Gig des Tages. Mhm. Also, du meinst, der drittbeste Gig des Tages. Nein, das will ich, das will ich gar nicht kategorisieren. Ich überlege gleich, wenn ich bei der anderen Band bin später, ob ich das kategorisieren möchte, aber die gehören auf jeden Fall zu den Highlights, wenn nicht sogar zu den besten Gig des Tages. Ja. Panischida aus Tschechien, äh, völlig neu, völlig unbekannt für mich, ähm, der, 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 Sänger von Panischida, der sieht quasi aus wie der Bruder, von meinem Vater. Nein, wie der Bruder von Simon von Verheera. Wer den Simon von Verheera kennt, der denkt, das ist der kleine Bruder von ihm. Also, nur ein bisschen kleiner gewachsen. Der Simon von Verheera, müsste locker 1,95 sein. Und, äh, der von Panischida ist ein bisschen kleiner. Blonde, lange Haare, schnäuzt, ja, doch, gleich ein Siebenberg, glaube ich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, und Musik, super rhythmisch. Der ganze Gig bestand nur aus Kopfnicken und Mitgehen und, ähm, wo wir wieder das Abtempo, Mittempo haben, das treiben die auf die Spitze. Das ist richtig schöner, Disco-Black Metal, hätte ich fast gesagt. Aber du meinst so, so, ein gut verträglicher, ne, so magenbeschonend. Ja, wenn man, wenn man so, so leichte, äh, leichte Kost nimmt, wie Hohenstein zum Beispiel, wo sich jeder, wo jeder Black-Metal-Fan sich, glaube ich, wiedererkennen kann, weil es auch so schön kopfnickerisch ist und so. Ähm, äh, äh, ja, da passt Panischida gut rein, finde ich. Ja, ne, das ist, ja, wie gesagt, also wenn du, damit wirst du auch bei mir immer einen Blumentopf gewinnen können, ich meine, nachvollziehbare Musik und wieder, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon zu alt für, für zu viel Progression, weißt du, aber ich finde es immer dann gut, äh, wenn Leute, ähm, tatsächlich, äh, sagen wir mal, die Basics kompetent vertreten können. Das ist so was, das, viele kriegen nicht mal das geschissen, aber, ne. Und in dem verdammt kleinen Rahmen von Abtempo und Mittempo-Riffs, sich so eigenständig, äh, noch verhalten zu können und das heutzutage, ich glaube, das ist, äh, schwieriger als irgendwelche Riffs so schnell zu spielen, wie es nur geht. Also das ist wahr, ne, aber wie gesagt, das ist ja, du, äh, heutzutage denken viele Menschen eben nicht mehr, oder viele Menschen, äh, viele Musiker auch nicht mehr songdienlich. Da wird, es ist entweder ein Show-Off, man will zeigen, was man theoretisch drauf hat, oder aber, ähm, du treibst es so weit mit der Fuck-Off-Attitüde, so von wegen, ähm, ich, ob mir irgendjemand nachfolgen kann, ist im Grunde sekundär oder zweitrangig, und das ist dann auch so eine gewisse Arroganz, ja, die kannst du haben, musst dich dann aber auch nicht wundern, wenn du dann, keine Ahnung, auf deinen 30 Kassetten jetzt sitzen bleibst. Ne, ich denke mal, so ein, äh, gesunder Mittelweg, wo man dann auch weiß, okay, ich stehe aus einem bestimmten Grund auf der Bühne, auch weil ich Menschen erreichen will, ähm, der, äh, setzt dann irgendwo voraus, dass eben diese Menschen auch erreicht werden, und wenn da alle nur da sitzen und sich den Kopf kratzen, ja, hast du eben auch nichts gewonnen, ne? Also von daher würde ich auch immer dafür, ne, wenn ihr dann mit Tempo und Abtempo, versucht nicht die Sache zu verkopft anzugehen, schreibt ein gutes Riff, schreibt einen guten Song, und dann, äh, Action Connection, mehr muss nicht sein, ne? Dann gab es das erste Mal Schwierigkeiten als Stage Manager, und zwar sollten Hexenizer auf die Bühne. Hexenizer kommen aus Berlin, und einer davon, der ist Chirurg, und irgendwie kam mir zu Ohren, ja, Hexenizer könnte sich verspäten, weil der Chirurg irgendwie grad noch von einer Herz-OP kommt. Mit dem Herz unterm Arf? Ja, wahrscheinlich. Ich hab's sogar loslegt. Wahrscheinlich. Ich mit den Jungs von Drängskapur gesprochen, den beiden, und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mach es einfach. Der Drängskapur-Drama ist auch der Drummer von Adalwolf, da erkenne ich ihn schon so ein bisschen, und gesagt, Alter, könnt ihr nicht mal eine Stunde vorziehen? Und dann taten sie sich natürlich schwer, auf 19 Uhr eingeschossen, ne? Und, äh, ja, scheiße, jetzt haben wir eine Stunde weniger Zeitvorbereitung und so, und dann haben sie sich bereit erklärt. Und dann tatsächlich, zehn Minuten, bevor Hexenizer auf die Bühne sollte, kommt die Band auch tatsächlich an. Und dann, äh, ja, pass auf, und dann ging's los, dass es auch nicht mehr möglich war, ähm, dass, also Hexenizer wollten auch sofort spielen. Also die haben gesagt, wir brauchen keine Aufwärmphase, nix, wir stellen uns das Zeug auf die Bühne und legen sofort los. Das war, äh, da war, und die von Drenkskarpur standen dann da. Ich sag, Leute, tut mir leid, ihr spielt dann doch um 19 Uhr. War denen aber auch ganz recht, dann, äh, ist die Stunde Vorbereitung halt nicht flöten gegangen. Aber das war so eine, so eine, so eine, so eine Kuddelmuddel-Situation, die ja gelöst werden wollte. Das find ich natürlich super, dass wir von Drenkskarpur so flexibel waren. Ähm, und ich fand's beeindruckend, dass Hexenizer einfach direkt aus dem Kofferraum auf die Bühne und Gas gegeben haben. Ähm. Ja, das hab ich doch, das du, das, äh, wenn ich das kurz einwerfen darf, war das nicht vor 2019 mit unseren, hier, mit unseren Rostocker Burschis hier von Silent Weges genauso? Ich weiß noch, wie ich da in der prallen Sonne saß und auf einmal prescht da irgendein Kranker, ein Kleinwacht, mitten über den Zelt, nee, Quatsch, mitten übers Gelände, kommt quietschend auf der Seite, brennt zum Liegen, weißt du? Irgendeine Gestalt springt da raus, hast du an den Kofferraum packt, eine Gitarre aus, sprintet auf die Bühne. Ich sag so, was zum Geil ist denn jetzt los? Terroristischer Handschlag, Überfall. Nee, Mario, der einstöpseln muss, weil er spielen muss. Mario, der Kollege, wo wir eben drüber gesprochen haben, mit dem Schottenrock, und dann macht er seinen Soundcheck und ich sag, Mario, willst du mich da das Auto mal zur Seite fahren? Der stand ja nicht auf der Bühne. Genau, das stimmt. Und dann parkt er da neben dem FOH mit der Karre. Aber völlig schmerzbefreit der Junge, weißt du? Ja, scheißegal, wahrscheinlich frühst noch eine Schicht durchgezogen, weißt du, die alte zu Hause, der Mensch, musst du jetzt los? Ja, Schatz, ich muss Musik spielen, was soll ich denn machen? Weißt du, dann schön mit, hier Tempomat 230 nach Färbeli, ja, Quatsch, Färbeli nach Friesack geschossen und dann eingestöpselt, losgelegt. Das ist eine Einstellung, die finde ich löblich, weißt du? Das ist eine richtig, ja, genau. Ich, Boni schon die Hölle heiß gemacht, ich sag, Alter, in zehn Minuten geht das los, was ist denn hier los? Der ganze Rack vom Boni schon aufgebaut und wer das Rack kennt, dieses Schlagzeug weiß, da brauchst du, da brauchst du 400 Mann für, so und, ähm, dann kommt Mario einfach nicht, ja, und dann stehst du dann da, was machst du jetzt? Du kannst das Rack ja auch nicht wieder abbauen und warten, das war schon, ich erinnere mich, und dann, wie gesagt, mit diesem kleinen grünen, ich glaub, das war ein Koasa, wenn ich mich richtig erinnere, kommt dieser Zwei-Meter-Mann, steigt da aus diesem Auto und schmeißt seine Gitarre auf die Bühne und ab geht der Peter. Das war wirklich ... Das sieht auch jedes Mal aus wie Hightower in Police Academy 1, weißt du, als hätte er die Vordersitze rausgerissen, um hinten Platz zu nehmen, weißt? Und Boni, um das noch kurz anzuführen, den hab ich ja nur letzte Woche eben, Grüße gehen raus, irgendwo noch in der Fußgänger-Sony hier in Rostock getroffen, äh, der hat mir versichert, dass du Scheiße erzählst, weil er jedes Becken wenigstens einmal anspielt. Stimmt, ich hab letztes Mal behauptet, ich brauchte ja nur zwei davon. Ja, richtig. Nein, ich brauche alle. Ich sagte ja alle jemals einmal, oder was? Ja, mir hat er nachher auch noch geschrieben, hat gesagt, er hat sich kostlich amüsiert. Also, ich hab da auch gar kein schlechtes Gewissen und das nächste Mal guck ich einfach mal mit, ob der wirklich jedes Becken braucht. So, aber zum Thema Hexenizer, da kann ich gar nichts sagen, weil da hab ich Pause gemacht, tatsächlich. Da hab ich nicht auf der Bühne geguckt, da hab ich was gegessen, hab ich mir mal ein Bier gegönnt und, ähm, hab dann auch quasi für den Tag fast Feierabend gemacht. Ich glaub, ich hab da in dem Moment im Auto gelegen, das kann sein. Deswegen, wenn die Jungs von Hexenizer das hört, nimmst du's das nicht übel, aber ich hatte da schon ein paar Stündchen Arbeit und da hab ich dann einfach mal, äh, mit Päuschen gegönnt. Und ich bin nur alt und abgefuckt und ignorant und deswegen hab ich's wahrscheinlich Das ist richtig. Und du wusstest ja nicht, dass wir darüber sprechen im Nachhinein. Das ist richtig, ne? Ich hab gedacht, ich kann mich hier sauber aus der Affäre ziehen mit meinen zweieinhalb gesehenen Bands, weil's aber nüscht ist, ne? Komm mal hier, mach mal Podcast. Oh, bitte nicht. So, dann kommen wir zu Drängskapur. Drängskapur, Zwei-Mann-Kapelle, ähm, so ne Art Mönchs-Outfit, beide, beide unkenntlich, ähm, natürlich, mit Maske überm Gesicht. Äh, das ist wieder so ne Kombo, wo du sagst, Mensch, das kann man, das glaubt man nicht, dass zwei Leute so nen Sound hinbekommen. Also sehr voluminös, gehaltvoll, auch in Teilen sehr okkult, dennoch, äh, nicht zu langsam, ähm, ich hab sie mir auf Platte, ich hab's mir vorgenommen, immer noch nicht gehört. Also so damit, ich möchte jetzt auch wirklich keine Kategorisierung nennen, weil ich da befürchte, der Band, äh, nicht gerecht zu werden. Also ich fand den Auftritt bockstark, wirklich bockstark, ähm, aber leider noch zu wenig damit auseinandergesetzt. Hm, ne, ich hab damals irgendwo, ich glaub, das Debüt mal durch Zufall irgendwo mal in die Pfote gekriegt und dachte mir auch schon, da ist auch der Potenzial hinter, und die haben sich definitiv gemacht. Also das ist auch so eine Truppe, wo du gesagt hast, ja, das kann jetzt was werden, das muss aber auch nichts werden, aber so rein prinzipiell von der Performance her und von der Soundwand, die sie einem da mittlerweile hinstellen, ähm, ja, absoluten Fuß in der Tür. Also ganz ehrlich, da kannst du, da ist noch einiges zu erwarten von, da bin ich auch selbst davon überzeugt und tatsächlich auch überrascht, weil ich dann tatsächlich auch gedacht, ja, hätte, hätte Fahrradkette, vielleicht wird das auch gar nichts. Ähm, ja, nö, aber wieder so ein typisches Beispiel von, ja, wir ziehen einfach kontinuierlich unseren Stiefel durch, solange bis die Scheiße irgendwann von alleine rollt und das tut sie jetzt und, ja, deswegen stehst du dann auch auf der Bühne und wirst von den Leuten tatsächlich zu Recht auch beklatscht. Ja. Danach kam mein zweites Halbzeit, äh, Halbzeit, mein zweites Highlight, äh, neben Panishida und zwar ist es Grafjammer aus Holland. Hat die, warte mal, waren das nicht dieselben wie von, von Bartha oder wie hießen die? Ah ne, das waren Purenhammern, ne? Ich komme mal mit den ganzen Hämmern durcheinander. Und die waren aus Check-In. Du, das ist wie bei meinem Vater in der Werkstatt, ne? Da sehe ich auch nicht mehr durch mit den ganzen Hämmern, aber, ja gut, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, Grafjammer aus, äh, Niederlande ist, ähm, typischer niederländischer Black Metal, kann man gar nicht so sagen eigentlich, aber ich habe mich schon arg an andere niederländische Kapellen wie Wederganger erinnert gefühlt. Also da ist wirklich der, ein wichtiger Part ist wirklich so diese rotzige Rock'n'Roll Attitüde mit wirklich eingängigen Melodien, ähm, und eine Bühnenpräsenz. Alter Schwede, die war schon, äh, da hast du gemerkt, langsam kommen wir wirklich in den Profibereich rein. Ja, das habe ich auch so gesehen. Also die, die hatten definitiv so richtig, also diese nötige Energie, wo du dann auch so einen Fronter hast, der dann definitiv auch seiner Rolle gewachsen ist. Und, äh, wir hatten ja auch das letzte Mal, jetzt war wir über Bart gesprochen, haben auch so kurz angemerkt, dass es dann, äh, manchmal auch so ein bisschen suboptimal ist, wenn du da so da an deinem Platz festgenagelt stehst. Ähm, in dem Fall, ja, der ist da wirklich, der ist da wie Axel Roos zwischen den anderen hin und her und, äh, jeden mal angefasst und mal, ne, hier so mal mit einbezogen in die Performance und einfach aus das Publikum mit rangeholt und so. Das kann man scheiße finden, aber ich finde sowas gut, weil in dem Moment, ähm, lockert das Ganze so ein bisschen auf und zeigt auch, dass du gerade mit Spaß in der Backen dabei bist und, ähm, ähm, ja, ne, mag ich tatsächlich lieber, als wenn du dann tatsächlich da so drei Ölgötzen stehen hast, die dann irgendwo, äh, besonders mystisch sind, indem sie gar nichts machen. Ja. Ja, das würde ich nicht so stehen lassen. Also, es gibt Leute, die, wenn sie wirklich ruhig dastehen, äh, eine Ausstrahlung haben, die dich in den Bann zieht. Ich erinnere mich an einen Auftritt von Gals Wirth und wenn Gals fünf Minuten nur dasteht und ins Publikum starrt, ich schwöre dir, du wirst, warst vorher und nachher noch nie so gefesselt von einem Typen wie von Gals. Aha. Ja gut, ne, das haben ja auch die Reporter von Weiß damals schon mitbekommen, ne, die waren wahrscheinlich nur froh, dass sie wieder vom Hof gekommen sind. Das Interessante bei Gals ist ja auch so, ich hab die ja damals mit, ähm, also der Typ hat definitiv seine Aura, aber er musste ihn immer oben auf die Bühne stellen. Als ich dann damals irgendwo vor, ich glaube 2008, 2009, als er mit, damals noch bei Vardrona irgendwo, beim Rock for Roots hier irgendwo auch in Brandenburg aufgetreten ist, ich meine, das ist, der ist ja auch, äh, keine Ahnung, so nur 1,52, irgendwie so groß wie Alf und wenn er dann da irgendwo neben dir steht, dann hast du natürlich dieses Gefühl, Mensch, du eigentlich von dem, was ich von dir an der Bühnenpräsenz immer kenne, müsstest du eigentlich 2,80 Meter groß sein. Aber, das ist das Schöne, deswegen sitze ich da auch immer gerne und, äh, mit ein bisschen Abstand und lasse mich dann direkt von der Performance dann eben auch mitreißen und das kann er. Also, du kannst dir von ihm halten, was du willst, äh, Dachschaden hin und her, aber die Ausstrahlung und diese, diese, diese spezielle Frontartitüde, die hat er. Und da gehe ich dann auch mit und wenn der mich dann aus dem Publikum anstarrt, dann gehe ich auch irgendwann weg, weil mir das unheimlich ist. Aber prinzipiell gehört er zu den einen wenigen, wo ich sage, so da ist weniger mehr, den fände ich auch affig, wenn er da irgendwo zwischen den, äh, einzeln und her springen würde und hier, keine Ahnung, Zungenküsse mit seinem Gitarristen austauscht. Wie hier der, der eine Dude da aus, äh, Halmstadt. Genau. Und, äh, ja, das nur mal am Rande. Aber wie gesagt, ne, wenn du tatsächlich irgendwo nur so zwei, drei Gestalten hast, die dann irgendwo mit Burka auf der Bühne stehen, äh, ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Dann, äh, haben wir doch in der letzten Folge diese, äh, ersten besprochen, die mit drei Mann. Das war für mich ja damals der beste Gig vom Wochenende mit. Und, ähm, da standen die ja auch, ja gut, da standen, hatten eine komische, so einen merkwürdigen Bühnenaufbau. Also, die zwei Fronter, da standen sich genau gegenüber und haben sich die ganze Zeit angeguckt, während der Drummer, äh, in der Mitte saß. Aber irgendwie, aber das, wie gesagt, da geh ich nicht mit. Also, wenn die Atmosphäre passt und die ist nicht so kitschig und übertrieben überzogen wie bei Bartuschka zum Beispiel, dann kann mich das, wenn die Musik dazu passt, wenn die, wenn das Licht dazu passt, wenn die Ausgestaltung der Bühne dazu passt, kann mich das total in den Bann ziehen und dann kann ich mir das auch eine Stunde angucken, obwohl nichts passiert. Ich meine, ich gucke ja auch gerne eine Stunde ins Feuer. Ich bin ja ein Mann, ich brauche ja über nichts nachdenken. Ich gucke einfach ins Feuer eine Stunde und freue mich einen Keks. Und das regen die Frauen immer tierisch auf, dass wir auch ab und zu dazu in der Lage sind, irgendwo einfach an nichts zu denken. Aber, genau. Du sprichst ja genau das an, was ich im Endeffekt auch, wo ich auch vollkommen auf deiner Seite bin. Wenn die Gesamtperformance zusammen mit der Location und den Songs und den Sound und in allem ein Gesamtbild abgibt, ein stimmiges, dann kannst du tatsächlich auch durch, ich sage jetzt mal, so eine ruhige beziehungsweise recht stoische Bühnenperformance einfach auch in gewisser Weise in so einen gewissen Bann gezogen werden. Diese Punkte müssen allerdings auch zusammenspielen, wenn sie das nicht tun. Wenn du tatsächlich irgendwo, keine Ahnung, es ist 15.30 Uhr nachmittags und da stehen jetzt Typen oben und du stehst jetzt da und denkst, okay, die Mucke ist nicht so geil und die Hälfte der Zeit fragst du nicht, ob die gerade unter ihren Sultanen eingehen. Ah, weiß ich nicht. Also da ist es so, es müssen schon diverse Punkte zusammenkommen, dass ich sage, jo, das ist so ein Gesamtbild für mich, das passt. In dem Fall, ja, gut. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, hey, juhu, aber es gibt eben auch andere Fälle, wo ich sage so, ja, da wird das rund, die ganze Geschichte und da kann ich mich dann auch sehr gut mit anfreuen. Aber wie gesagt, eine Kombination aus verschiedenen Umständen oder Umständen ist ja nicht richtig, aus verschiedenen Punkten, die dann irgendwo aeinandergreifen müssen, damit das schlüssig wird. So. Und da ist Grafjammer, wie gesagt, mit Panishida mein Highlight gewesen. Jetzt überlege ich gerade, wenn ich eins vorsetzen müsste. Grafjammer hatte den Vorteil, sie haben im Dunkeln gespielt, Panishida war im Hellen. Ich möchte mich da nicht entscheiden. Also das waren für mich tatsächlich die beiden Highlights, bevor wir dann zur letzten Band kommen und jeder da draußen wird die schon mal mindestens einmal gehört haben, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, seht sie euch mal an. Das ist Black and Roll, wie es rotziger nicht geht, und zwar Whisky Ritual. Hm. Habe ich leider nur ein Viertel vom Gig mitgekriegt, weil dann vor der Bühne einer zusammengeklappt ist, der sich minutenlang reglos hatte da gelegen. Ich musste mich dann um die Ärzte kümmern, Notärzte kümmern, dass die da hinkommen und dass er auch dann behandelt werden konnte und so weiter und so fort. Aber Whisky Ritual, ohne Scheiß, wer richtig assi, Rock'n'Roll Attitüde will, ohne Stilos zu sein, der kann sich das mal angucken. Was mir übrigens bei dem aufgefallen ist, bei dem Mann, als er umgefallen ist, wie plötzlich fast sich drei Leute geprügelt haben, ist kein Witz, was ich erzähle, es ist nicht überspitzt dargestellt, fast geprügelt haben, wer dem jetzt zuerst helfen darf. Die haben sich wirklich gegenseitig weggeschubst. Das lag aber auch daran, dass der eine von denen, das habe ich ja so ein bisschen aus der zweiten Reihe betrachtet, irgendwas für eine gute Idee hielt, die, ja, keine Ahnung, die, na, wie sagt man hier, diese Herzgruppe. Stabile Seitenlage. Stabile Seitenlage meine ich nicht, sondern diese Herzdruck, einer hat sich dazu befleißigt gefühlt, jetzt fange ich auch schon so an, hier Herzdruckmassage auszuüben, dann allerdings so wie, du, da einer schlug quasi mit der Faust auf seinen Brustkorb ein. Und ich dachte mir noch so, wie ich da so stehe, so in meinem abendlichen Jump, dient das jetzt der Gesundung oder macht der die Dinge vielleicht nur schlimmer? Aber ich hatte die Jalousien schon so halb zu, deswegen kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Hätte ich das gesehen, hätte ich den aber rausschmeißen lassen, das kannst du nicht machen. Die eine Dame von der Cocktailbar, die ist, die ist, die ist Krankenschwester und die hat gesagt, Puls ist normal, Atmen ist zwar schwach, aber ist, ist, ist nicht kritisch, lass den mal. Und wenn dann das einer macht, der dich so rausschmeißen lassen kann. Genau, das war ja genau der Punkt, weil nämlich er hat zwei, drei Schläge ausgeführt und dann wurde ihm ja von hinten quasi in den erhobenen Arm gegriffen und dann wurde er da weggezogen, weil der wahrscheinlich auch irgendwo in Panik war oder weiß ich was. Und ja, vielleicht ist ja dieses, was du dann mitbekommen hast, dieses, dass sie sich das Rollen gekriegt haben, genau diese Situation gewesen, die ich dann quasi vom Bierwagen aus der anderen Perspektive mir auch nochmal anschauen durfte. Als es dann kritisch wurde, war es, als die Ärzte da waren und die den hochheben wollten auf die Bank, auf die Trage. Ja. Und da haben die sich, da haben sich drei Leute fast an den Hals gekriegt, wenn die zuerst hochtragen darf. Ich sag, ich guck nicht richtig, lass doch mal die Ärzte in Ruhe, lass die das doch mal machen, sag ich. Und wenn du da einen Mann als Unterstützung hast, reicht das doch vollkommen aus, wenn die ja mit vier Mann stehen. Ja, aber du, da wollte so jeder, der Held des Tages sein. Und vielleicht stand auch irgendwo noch ein Weibchen in der Nähe zum Beeindrucken. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Ist schon krass, vor allem die Blackmagas, also derartig asozial, da schlägt man sich gegenseitig nieder, weil man helfen möchte. Ja, jetzt wo du das so sagst, also. Ja, richtig. Das erklärt natürlich, warum dann später ein zweiter Wagen gekommen ist, hat wie schon ein K.O. gehauen, aber keine Ahnung. Genau, um die Helfer abzutransportieren. Herrlich. Ja, also gut, Whisky Ritual, wie gesagt, ein Viertel gesehen, aber das, was ich gesehen hab, ist, Leute, wenn ihr die noch nicht live gesehen habt, fahrt hin, guckt euch die an, das sind Italiener, die Hälfte spielt, glaube ich, bei Forgotten Tump und irgendwie noch so, irgendwelche Kombinationen. Italien scheint ja fast genauso inzestuös zu sein, wie Deutschland. In Band-Hinsicht, wir wollen ja hier keine Bevölkerungsgruppen irgendwo in Abrede stellen. Moment, wenn ich meine Schwester mag, was ist daran verletzt? So. Kleine Rede, kurzer Sinn, guckt euch Whisky Ritual an, mega geil, Rotziger, Arschloch, Black Metal und fertig. Und zusätzlich noch Wrong Turn, falls ihr wissen wollt, wovon Manuel da redet. Ach, herrlich, genau. Ja, nee, war das nicht auch die Performance, wo es da mittendrin auf einmal geratscht hat und auf der Bühne auf einmal kein Ton gemacht hat? Stimmt, stimmt, du hast vollkommen recht, da hat einer ein Bier in einen Mehrfachstecker geschüttet und zack, alles war aus. Aber sofort und ich hab dann nur so ein, weißt du, das hast du ja manchmal so wie in diesem Marvel-Film, wenn du dann auf einmal so einen Windzug an dir vorbei hast und siehst, das war in dem Fall Ernst, von dem ich nur so aus dem Gehen noch so ein was zum Verfinden nochmal irgendwie so mitbekommen habe, ne? Ich stand in dem Moment, ich stand in dem Moment zwei Leuten von Nornio und den Revenant von St. Christa zusammen in einer Bierbude und ich sag, oh Leute, Show ist zu Ende, ich muss abbauen. Dann geh ich los. Du denkst doch ein Viertelverschluss, ne? Da siehst du schon, wie Irrsinn den Flattermann macht auf der Bühne und ich sag, alles klar, irgendwas ist hier wohl schief gelaufen und ja, das haben wir dann aber doch in den Griff gekriegt, weil die Elektrik da sehr, sehr clever gelegt wurde, sodass du nur so eine Sache austauschen musstest und korrigieren musstest und alles wieder lief. Respekt davor, dass das so gut gelöst wurde, aber das war schon so eine Situation. Ich sitze da, trinke mein Bier oder stehe da, trinke mein Bier, Musik ist aus, ich sag, oh Leute, ich komme gleich wieder, ich muss gerade abbauen helfen. Das war echt eine Situationskomik, das war eine Situationskomik, wie ich sie selten so erlebt habe. Vor allem das Geile ist ja auch, ich stehe dann immer da, weißt du, und ich dann sozusagen mit meinem gefährlichen Halbwissen beziehungsweise meinem Nullwissen, was speziell Bühnentechnik oder ähnliches angeht, ich denke ja immer, Mensch, da sind wahrscheinlich, irgendwelche kryptischen Schaltungen und irgendwas, wo du dann drei Doktoren Titel für brauchst, weißt du, und auf einmal hält der dann den Delinquenten da in die Höhe so eine Dreifachsteckdose, wie sie hier neben meinem Schreibtisch liegt, weißt du, und sagt so, die ist kaputt, ich habe eine neue. Ich denke so, was ist die jetzt kaputt? Das kann doch nicht da sein. Ist es das wirklich alles? Ist das die ganze Magie, weißt du, hat man mich jahrelang belohnt. Herrlich, ich habe mir nur gedacht so, und dann dachte ich mir so in dem Moment nur, naja, gut, dass die nicht so einen Ausschalter hatte, weißt du, dass der vielleicht einfach mal, oh, das leuchtet aber rot, zack, aus. Ich möchte jetzt so darüber reden, ich möchte hier wirklich mal Mäuschen spielen auf den ganz großen Bühnen bei Metallica oder Rammstein oder so, ob da nicht so eine Kanone und so eine Dreifachsteckdose verbunden ist. Genau, so zwei Millionen Mischpult und da vorne Dreifachsteckdose. Schön bescheuert. Oh, weia. Du, ich, ohne Scheiß, ich halte das mittlerweile nicht für unrealistisch. Du, ich habe da mal einmal diese Olle Wacken-Doku gesehen, wo sie diesen Security-Chef da begleitet haben und der gesagt hat, eines der größten Probleme, die ich oft habe, ist, dass wir hier teilweise Technik für ein, zwei Millionen Euro stehen haben und dann oben die VIP-Bereich, zum Beispiel auch über der Bühne, wenn die dann sozusagen so in dem ersten Rang da rumstehen dürfen, so andere Musiker und so weiter, dass er jedes Mal sagt, dass das größte Aufgabe ist für ihn, dass diese Vollidioten nicht ihre Bierbecher in zwei Millionen Euro Mischpult entleeren. Wo ich denke so, was, ja, aber so doof kannst du manchmal gar nicht denken, wie die Leute sind. Und wenn da irgendjemand steht an der Bühne und du hast oben gerade eine Performance und die Band geht gerade voll ab und du denkst dir, ach Mensch, dieses weiße Ikea-Ding, das denke ich, mal gucken, ob der sich das mit Bier verträgt. Bumm, zack, alles aus, weißt du. Dann musst du manchmal schon so ein bisschen an der Menschheit zweifeln. Aber du hast es ja gesehen, Ernst, die hat ja offensichtlich immer ein Vorrat vorhanden. Und auch wenn die Eltern zu Hause dann kein Fernsehen mehr konnten an dem Abend, Hauptsache auf der Bühne ging es weiter. Ja, das hat dann auch, das ging auch relativ schnell. Ich stand da auf der Bühne und da sagt mir, da hat einer Bier in den Stromkreislauf geschüttet. Und ich so, was hat einer? Das Ende vom Lied ist, dass wir am nächsten Tag, Samstag, als allererstes ein Zurband gezogen haben vor der Bühne mit einem Meter Abstand. Dass das nicht mehr so passieren kann, ja. Genau, und das Schöne ist ja dann, weißt du, weil bei Ernst, da kommt ja auch seine bipolare Störung immer so wunderbar zum Vorschein, weißt du, im ersten Moment denkt er, okay, jetzt wird jemand gekillt und sobald er dann den Delinquenten, also quasi das entsprechende bestätigte Technikteil dann gefunden hat, dann hat er ein Grinsen im Gesicht, weißt du, als könnte den kein Wässerchen trüben. Ich finde das immer großartig, das zu sehen, weißt du, weil du möchtest ihm da echt nicht im Weg stehen, wenn er dann tatsächlich auf 180 ist, aber wenn er dann zurückkommt und so entspannt lächelt, weißt du, dann denkst du, ach, Mensch, Ernst, du bist aber auch ein Lieber, ne? Herrlich. So, dann gehen wir mal auf den Samstag über. Und Samstag, muss ich sagen, war der erste Gig für mich die Entdeckung des Wochenendes, tatsächlich. Wer hat da gespielt? Hallig, oder? Hallig, genau. Ja, ja, ja. Ein riesen Fan mittlerweile davon. Das hatte auch wieder damit zu tun, dass die Leute einfach mega cool sind, aber der Auftritt war, vor allen Dingen, weil es so unerwartet ist. Ich hab mich mit Hallig nie beschäftigt. Ich weiß, dass die mal bei uns spielen sollten, glaube ich, in Rostock, dass das aber irgendwie nicht geklappt hat, aber ich hab mich mit Hallig nicht beschäftigt. Und da war das so ein Mörder-Gig. Wirklich. Der Typ auch hat so ein bisschen Ähnlichkeit wie Frost von Satyricon, nur halt 18 Meter größer. Und eine ausstrahlende, richtig, auch wenn wir jetzt von Gahl gesprochen haben, ich weiß nicht, ob ich das auf eine Stufe stellen kann, weil es tachell war, aber hat auch eine gigantische Ausstrahlung, füllt auch die Bühne, gute Musiker, nette Leute. Und wir haben wirklich zwei Stunden lang vorher haben die auf der Bühne rumgefuchtelt, rumgemacht, dass doch alles hundertprozentig läuft. Und dann war das nachher so ein Abriss da. Also Hallig war für mich die Entdeckung des Wochenendes und für mich das Highlight, weil ich's halt nicht kannte. Ja. Ja, du, die ungesehenen Treffer, die treffen meistens am Herd. Und ja, du, ich hab's in Peripher mitbekommen, weil ich, glaube ich, vor Zeiten schon mir, ich hab mich da ein bisschen näher mit beschäftigt, damals das Debüt kam und das fand ich okay, okayse. Also jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh ja, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon Perfektion, aber schon wirklich auf einem guten Weg und das, was ich sozusagen so peripher mitbekommen habe, war auch, ne, also wirklich genau so mein Cup of Tea, wie man sagt, ne, also kann man echt nicht beckern. Live, also genau das Material, was live eben auch geht, so weißt du, eben auch wenn du so einen gewissen Groove drin hast, ja, schönes Ding, ne. Also da kommt noch was, das sag ich dir, also das ist so, wo du so ein bisschen so im Gefühl hast, jo, die, da wird noch was Größeres draus und ja, das war so meine, ja, halb professionelle Einschätzung der Lage. Nach dem Gegend fand ich es eine Verschwendung, dass die den Opener gemacht haben, obwohl da viel los war, aber trotzdem fand ich es schwierig, dass sie den Opener gemacht haben. Die hätten, glaube ich, noch mal im Dunkeln mit der Art der Musik, die sie spielen, noch mal richtig, richtig reingehauen. Also ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, Halle ich noch mal live zu sehen und wenn es dann nicht im Dunkeln ist, dann doch bitte in der Halle oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein Live-Highlight werden könnte, was man so schnell nicht vergisst. Jo, so, ne? Bin ich bei dir. So, dann kam Death Row. Zu Death Row habe ich eine ganz süße Geschichte. Death Row, ich habe jetzt gerade nicht auf den Schirm, wo die herkamen, ist auf jeden Fall, sehen die südamerikanisch aus. Ich weiß, ich habe jetzt aber auch keine Lust zu recherchieren, Leute, nehmt es mir nicht übel. Wenn das wissen wollt, guckt selber nach. So, auf jeden Fall. Sieht südamerikanisch aus. Ich überlege jedes Mal, ob du dann mit deinem kleinen Schädelvermesser da hinten sitzt. Ihr seht aber südamerikanisch aus. Haltet mal kurz still, ich will das kurz abmessen. Ich war damals Klassenbest ein Schädelkunde. So, aber es ist ja auch... Genau. Habt ihr dann immer so in der zweiten Stunde Schädelvermessen? Meine Vermutung ist Landstrecher. Ein Viertel ukrainisch, zwei Drittel skandinavisch. Ist doch jetzt auch wurscht. So, und ich... Nee, das ist richtig. Und ich hab dann Leute, ich sag so, Death Row hat die schon mal jemand gesehen und keiner wusste, wer Death Row ist. Und ich lauf rum und guck... Und dann stehen die, ist kein Witz. Dann lauf ich an so zwei oder drei Typen vorbei, so klein, niedlich, unscheinbar. Und dann fangen die Ansicht anzumalen. So eine halbe Stunde vorm Gig, im Gesicht. Wo dann so was? Warte. Warte, 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 warte. Okay. Ich warte, ja, okay. Wo seid ihr? Geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. So, und dann... Im Gesicht. Und dann lauf ich da dran vorbei und wie in so einem Comic guck ich nach rechts und gucke wieder nach rechts. Und dann denke ich, oh, die fragst du doch mal, was die wollen. So, ne? Steht aber neben der Bühne oder so. Eine Stunde vorher schon stehen die da die ganze Zeit. Die haben wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, Mensch, was für ein inkompetent Stage-Manager. Wir werden ja gar nicht aufgeklärt, wie das hier jetzt vorangeht oder was, ne? Ja. Und dann malen die sich dann an. Wie unscheinbar kleine Jungs. Und so hab ich die dann halt zufällig... Und keiner hat gewusst, wie die aussehen. Jörg sagte, doch, die sind da. Die müssten irgendwo rumlaufen. Ich sag, wen sehen die raus? Die sind immer unter dem Radar durchgelaufen. Sehr schön. Ja. Und ich hatte keinen blassen Schill. Ich sagte, Alter, keine Ahnung, wer das ist. Und die alle gefragt, die Stage-Hands gefragt, ich hab Irrsinn gefragt und keiner wusste, wie die aussehen. Na. Ja. Und dann standen die da wie die kleinen Jungs seit einer Stunde, anderthalb, neben der Bühne und haben nur auf dem Kommando gewartet, wie's weitergeht. Und ich hab die nicht beachtet, weil ich dachte, das wären einfach normale Zuschauer. Das macht dich eben aus, ne? Du bist halt Profi, bist ins Markt, weißt du? Die stehen da komplett aufmunitioniert mit Gitarre in der Hand. Wer seid ihr denn? Geht mal weg, ihr. Ich stehe keine Fanboys. Das steht doch mal nicht im Weg rum. Wir haben gleich umbauen. Das war am besten noch angemauelt und umgeschobst. Ja, ja. Ja, das ist dann doch gut gegangen. Sind auf jeden Fall auch sehr zurückhaltend gewesen. Natürlich, sonst hätten sie mich ja angesprochen, wahrscheinlich. Ähm, ja. Und, ähm. Zum Auftritt... Was? Ich hab da gar nicht drüber halt weg. Okay, alles klar, mach weiter. Ich krieg mich schon wieder ein. Danach kommt Norn hier. Zu Norn hier müssen wir nicht viel sagen. Haben wir beim Barter Metal Open-Mare-Review schon besprochen. Haben da auch wieder rasiert. War auch, äh, zumindest... Im Gesicht. Oh, Mann. Ja. Das muss ich... Okay, du hast... Das Problem ist einfach, weil du jedes Mal sagst, die haben rasiert, dann spinne ich jetzt natürlich den Bogen weiter. Das ist klar. Nein, bitte, lass es. Es will... Es will keiner hören, was du gerade im Kopf warst, in Verbindung mit Norn hier. Ja, nee, da gibt's ja nichts zu rasieren. Also, jedenfalls nicht praktisch. Bitte, lass es einfach. In der Performance selbst, da müssen wir auch nicht drüber uns unterhalten. Das ist so gewesen. Ja, ich hab's ja letztes Mal gesagt. Ich hab da vor der Bühne gestanden und hab da gesessen und er gestanden. Ich hab gesessen. Ich hab hinten bei Ernstie gesessen, weil, wie gesagt, ich steh nicht mehr so gerne und so lange. Jedenfalls, ähm, hab ich mir das angeguckt und das war einer der wenigen Gigs, wo ich dann tatsächlich mit dem Arsch auch sitzen geblieben bin, weil normalerweise dann irgendwann, oh, das ist so laut hier und ich mag Festivals halt gar nicht und dann irgendwann gesagt, so, ja, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt geh ich da rüber und jetzt gucken wir mal, ob die da irgendwo Merchandise liegen haben, weil jetzt, jetzt ist die Schnurze voll, jetzt wird hier was gekauft, so, ne, und jetzt, na, bitteschön, da habt ihr mein Geld, jetzt habt ihr den Salat, ne, jetzt habt ihr einen neuen Fanboy, ne, Daumen hoch, sehr schön, ne, und dann bin ich aggressiv zum Auto gegangen, hab die Platten verpackt, aber kannst du mal sehen, wo sie mich schon wieder, es wird bis zum Äußersten getrieben, ne? Ja, also, da war's auch am vollsten so ziemlich, ähm, bei Nornia, ist klar, ist glaub ich auch ein Name, der, das ist, das könnte schon fast eine Band sein, die so richtig populär undergroundig ist, also, jeder, das ist underground, es gibt Leute, die Nornia noch nicht kennen, tatsächlich, aber die so unfassbar bekannt sind, aber die unfassbar bekannt sind und dennoch. Aber du, das muss ich kurz mal anmerken, weil nämlich die gute Anna hat mich nämlich letztens darauf angesprochen und meinte so, der Umstand, äh, das hat nicht nur bei ihr für Verwunderung gesorgt, sondern eben, das ist auch eine Sache, die mir bis dato noch überhaupt nicht bewusst war, dass zum Beispiel Nornia auch so eine Paradeband dafür ist, so ein Paradebeispiel für eine Band ist, die zum Beispiel hier, äh, drüben bei, ähm, ähm, unseren Brünern und Schwestern aus dem Westen, ähm, das ist ja noch oft, und ich dachte mir, wie kann denn das sein? Sind wir tatsächlich immer noch irgendwie so, dass wir hier so in Zonen denken? Aber, ähm, ja, das ist tatsächlich so, ne? Also die Herrschaften vom Underground, die ja mit am Platz waren, ne, die haben auch gedacht, so, das ist ja geil, und wir haben noch gar nichts von gehört und wir dann so, hä, wie jetzt? Ne, wir spielen doch schon seit, keine Ahnung, 1993 hier. Also ich weiß auch nicht, was euch da entgangen ist, aber es ist tatsächlich so, es gibt hier immer noch geografische Unterschiede in der Art, wie weit eine Band tatsächlich bekannt ist und das in der heutigen Zeit, das muss man sich mal reintun. Vielleicht liegt Saren, dass bei Norni kein Lehrer mitspielt. Das kann sein. da ist dann intellektuelle Zugang nicht vorhanden, ne, und da sind sie natürlich immer gleich ganz aggressiv, die Wessis. Ne, 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 bei Norni spielt ein Doktor mit. Ach du Scheiße, ja, ne, dann mögen wir das nicht. Du weißt es ja, erstmal alle, die Brille tragen, kommen ins Gulag, das wissen wir alle, ne, das wurde hier in der Zone so gemacht, und das wollen wir auch fortsetzen. Es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht, glaube ich. Sippenhaft ist eine feine Sache. Ja, genau. Ne, aber wie gesagt, ich auch bis zum Schluss wieder gesessen und toll gefunden. also da, ja, wir haben jetzt auch wirklich schon genug Gelobhudel und wahrscheinlich sitzen sie auch da zu Hause und hören das und denken da so, oh ey, mal Fresse halten jetzt. Ja. Aber es ist halt so, wenn ihr das anders wollt, dann müsst ihr ja beschissenere Alben veröffentlichen. Genau. Und auf der Bühne Scheiße abliefern. Exakt, exakt. Und wenn ihr das hinkriegt und so weiter, dann lassen wir euch auch in Frieden. Dann ist es auch gut. Aber ich sag mal so, ich bin mittlerweile so ein Fanboy, dass das schon hart schwer wird. Reißt du ihn hinterher so in deinem kleinen Fiat Ford Fiesta oder so was? Ich will jeden Gig mitmachen. Übernachte einen Tag vor der Venue. Ja. Aber bei Neunier ist die Chance ganz groß, dass du die auch vorher triffst an der Bierbude oder so. Ganz genau. Und deswegen, haben die nicht sogar schon eine einstweilige Verfügung gegen dich? Ja, ich darf mich nur auf. 50 Meter bleibst du da drüben steht. Aber ich möchte auch nur, nein, du möchtest gar nichts. Bring die mal nicht auf Ideen. Genau, das ist gar nicht so teuer, wie man meinen sollte. So, dann war Darkmoon Warrior. Ja. Darkmoon Warrior, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, ist glaube ich, für fast alle da draußen dürfte das ein Begriff sein, für die, die es nicht kennen. Das ist ein richtig, die haben eine richtig oldschoolige Black Metal Attitüde. Also wer wirklich so nochmal so Back to the 90s will, also der sollte sich die mal live angucken. Der schnürt sich noch dicke Ketten um den Hals und da ist der Kessel und die Delicious Man Boobs sind weiß angemalt. Delicious Man Boobs. Oh Gott. Ah, schön. Ja, ich weiß genau, er hört sich das an, ich weiß auch, dass er drüber lacht. Er ist nämlich ein sehr humorvoller Mensch. Ja, bis er dir dann auflauert. Ja, ja, bis er mir dann auflauert und das ist so ein richtiges, wie soll ich das beschreiben? Da fühlst du dich wirklich so ein bisschen wie in den 90ern, weil es auch so ein bisschen, ich weiß genau, das soll nicht so gemeint sein, aber es fühlt sich ein bisschen thrashig, also thrashig an, nicht thrashig, thrashig an. Aber nicht im negativen Sinne, sondern wirklich so, ich meine, heute belächelt man alte Immortal Videos und solche Dinge. Und ich will nicht sagen, das geht in dieselbe Kategorie, aber so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl kommt damit hoch und das hat mir sehr, sehr gefallen bei dem Auftritt. Du, das ist ja genau das, du hast es letztes, in der letzten Folge hast du das vollkommen richtig benannt mit Bands, die aus der Zeit fallen, weißt du, und da gehört das auch mit rein und egal wie wir zum Beispiel jetzt nur, weil du das Beispiel gebracht hast, zu alten Immortal Videos, wir lieben die Scheiße ja trotzdem, weißt du, aber es muss ja auch erlaubt sein, dann tatsächlich irgendwo so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Angestaubtheit auch als solche irgendwo benennen zu dürfen, weil die ja in der Regel dann auch von den Bands so intendiert ist. Die sind ja nicht so bescheuert, dass sie nicht merken, dass das, was sie hier machen, momentan nicht dem Zeitgeist entspricht. Darf ich nochmal Stichwort Totenlegion in den Raum werfen, von wegen nicht so bescheuert, dass die da nicht merken, was die machen. Ja gut, es gibt auch Ausnahmen, aber die Sache ist ja die, im Endeffekt muss es und braucht es solche Bands eben einfach, die dann sich komplett dem Zeitgeist verwehren, weil das ist im Grunde das Suppenfleisch einer jeden Szene, also die Truppenteile, die dann wirklich sagen, so im Grunde ist es vollkommen scheißegal, ob ihr uns gut findet oder schlecht findet, ob ihr unsere Tonträger kauft oder nicht, das, worum es geht, ist im Endeffekt, dass wir als Band irgendwo oder als Musiker kreativ tätig werden und das, was wir halt irgendwo nach außen strahlen wollen, auch eben genau, also dass wir das auch tun und uns von keiner Strömung, von keinem Trend in irgendeiner Form beeinflussen lassen, das ist ja im Grunde genau dieser Gedankengang oder diese mentale Einstellung, die das Ganze überhaupt erst aus der Taufe gehoben hat und viele vergessen das heutzutage, da wird dann hier geschraubt und da eine Performance irgendwo abgeändert und da irgendwo sich noch ein Häubchen oder einen Kerzenständer auf die Bühne geholt und permanent dockt dann die Leute dann irgendwo an ihrem eigenen Image rum und versuchen dann irgendwo noch ein Stellschräubchen zu drehen, damit das eventuell irgendwo dann endlich da draußen in dieser ganzen nutzlosen Social-Media-Welt irgendwo Anerkennung findet und das ist dieser ganze Applaus, der dann entgegenkommt, ist sowieso alles hohle Scheiße. Das ist doch der harte Kern, das ist vielleicht ein Zehntel und für den hat wahrscheinlich noch nicht mal jeder Internet zu Hause und die geben da einfach einen feuchten Fick drauf, aber es gibt eben Leute, die verbringen den ganzen Tag damit und da mag ich doch jede Band, die dann ganz offensichtlich sagt, weißt du was, interessiert uns alles gar nicht. Ob ich mir das dann persönlich jeden Tag anhöre, ist eine ganz andere Frage, aber die Frage stellt sich auch für diese Truppen nicht und deswegen, wie gesagt, wichtig. Das ist so diese Grundbasis, die wir brauchen und die auch ganz doll wichtig ist, damit wir auch ganz andere Sachen wie, keine Ahnung, Soja, Black Metal irgendwo vertragen können, weißt du. Um mal dein intellektuelles Geschwafel zu unterbrechen. Ja. Ich habe gerade die Nachricht. Ungern, aber bitte. Jetzt können wir es offiziell machen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. bei unserem nächsten Stahlbeton ist Sacrista bestätigt als zusätzliche vierte Band, obwohl die eigentlich gar nicht geplant war, die vierte Band. Ach, wusste ich doch gar nicht. Ja, mir ist das schon länger bekannt. Natürlich, klar, ne? Mir erzählt wieder keiner was. Ihr könnt mich mal. So, und, 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 und jetzt ist es halt offiziell und da habe ich natürlich Bock drauf. Sacrista, hatten wir schon drüber gesprochen, absolute Rampensäue, total geil auf der Bühne, macht Bock, freue ich mich drüber. So, Darkmoon Warrior, ähm, ich habe jetzt eben nicht zugehört, war da irgendwas Substantielles bei, oder können wir zu Hotze gehen? Ne, überhaupt nicht. Ne, das ist das übliche, übliche Geschwobel, der Aluhut, der liegt jetzt auch schon wieder da hinten in der Ecke, ne? Das ist gut. Ja, ja. So, Hotze. Ich bekke jetzt meine Schokoladenbebache. Hotze außer Schweiz. Hotze außer Schweiz. Ohne Scheiß, das ist einer der witzigsten Typen, die ich je kennengelernt habe. Ich habe drei Minuten mit dem gesessen und ich habe mir viermal den Bauch gehalten, weil mir fast das Swayfehl geplatzt ist. Hotze, auch wirklich, wie der Name ist, so ist auch hier, Plump und Primitiv heißt so ein Album von denen zum Beispiel. Megacooles Ding, richtig geiler, leckt mich am Arsch Black Metal mit richtig geilen Melodien, richtig geilen Rhythmen und live, gerade natürlich ein bisschen das Line-Up gewechselt an Musikern, aber live absolut sehenswert. Also wirklich, die, jetzt sage ich nicht rasieren, weil dann lachst du wieder. ich sage, zufrieden, die machen eine Arschbombe ins Gesicht. Okay. Ja gut, wer den guten Mann von Hotze kennt, weiß, dass du brauchst eine stabile Nase, aber ohne Scheiß, mega geiler Gig, mega geiler Gig. Ohne Frage. Die wandelnde Fuck-off-Attitüde. Ja, ist so. Die aber noch von einer Band übertroffen wird, und zwar die, die danach gespielt hat, aber da komme ich gleich zu. Okay. Ja, aber ich finde das immer, es ist auch so geil, wenn gerade so eine Truppe dann tatsächlich, ich habe es ja letztens irgendwo vor ein paar Wochen gesehen, wenn dich dann sowas plötzlich im Mediamarkt aus dem CD-Regal angrinst, dann denkst du ja auch so, ja Mensch, du, wir sind doch oben angekommen, ist doch was Feines. Ja. Also da könnt ihr euch die Alben anhören. Ich glaube, es wird keinen da draußen geben, der sagt, nee, da ist nicht wenigstens etwas, was mir gefällt. Also das ist wirklich so, jeder, der Black Metal hört, der wird Kotze mögen, glaube ich. Ja. Bin ich fest von überzeugt. Du, wie gesagt, ja, es ist jetzt nicht, dass ich das, also es ist jetzt nicht komplett, wie gesagt, nicht komplett mein Schuh, bin ich ganz ehrlich. Also ich kann mir das live unglaublich gut geben, aber das ist definitiv nicht so eine Truppe, wo ich sage, da hole ich mir jetzt irgendwie die Platten nach Hause, weil ich die jetzt einer gewissen Feindanalyse unterziehen muss. Ja, ich wollte gerade sagen, also du kannst nicht, also wenn du da sitzt, ich bin fest davon überzeugt, wenn Goethe und Schiller sich das an, die hätten nicht schlagartig eine Gänsehaut. Das, davon gehe ich auch aus. Und da sehe ich, da reiche ich mich auch ein in diese Gruppe. Dieses, dieses, ultraintellektuelle, da bin ich fest von überzeugt, das kommt erst beim zweiten oder beim dritten Hören durch. Ja. Ach, das ultraintellektuelle, du meinst so die tiefere Ebene, so die Meta-Ebene dann. Genau, genau, das, das, gut, genug in die Scheiße gesetzt gerade. Jetzt kommen wir tatsächlich zu der Band mit der größten scheißegal, leck mich am Arsch Attitüde, die ich glaube ich seit langem gesehen habe. Und zwar Illum Adora. Der gute Mann war ja bei uns auch schon zu Gast und der war auch, wie soll ich sagen, viele Leute fanden den Inhalt sehr, sehr spannend und auch sehr kontrovers. Unter anderem die Aussage seit 1997 ist Black Metal tot und das Mother North Video war der letzte Sargnagel so ungefähr. Da ist, wenn ich das kurz einwerfe, darf ich das kurz einwerfen? Ja, du darfst alles, Gerald. Genau, dann werfe ich mal kurz. Weil mir genau diese Aussage so ein bisschen im Hinterkopf geblieben war, hat es mich so ein Stück weit irritiert, dass, was war denn, wie eine von den vorangegangenen Bands, jedenfalls sah ich dann den Hauptakteur von Ilumadora dann quasi vor der Bühne begeistert mit Wippen und mit Bang und ich tappte die ganze Zeit Ja, ich weiß, bei welcher Band das war. Ich habe ihn da fotografiert und ihm das Foto geschickt. Richtig, und ich dachte dann so, Mensch du Kaiser, jetzt geh mal in dich. Sind die tatsächlich vor 1993 in den Start gegangen? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Oder war das vielleicht doch ein bisschen übertrieben, die Aussage, dass wir auch in letzter Zeit überhaupt keine brauchbare Musik mehr aus der Szene hervorgebracht haben? Na, Moment, da tust du ihm ungerecht, weil er auch gesagt hat, er tut sich unheimlich schwer, überhaupt neue Scheiben zu hören. Es ist natürlich, habe ich ihm gesagt, wir verpassten verdammt viel gute Musik, aber das heißt ja nicht, dass wenn er auf dem Festival rumturent und da auftritt und Band sieht, dass ihm da keine Band gefallen muss. Also es ist ja nicht, ich schätze, ich halte ihn für so einen Semi-Prinzipienreiter. Natürlich hat er seine Attitüde und seine Prinzipien, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn er auftritt. Moment, 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 ist das nicht ein Paradoxon? Ich meine, ein Semi-Prinzipienreiter, sowas gibt es doch gar nicht. Ja, wer bist Prinzipienreiter oder du bist keiner? Nein. Aber ein Semi-Prinzipienreiter ist ein normaler Typ. Der macht das genauso wie ich. Ich bin nur Prinzipienreiter, wenn ich es brauche. Ach so, das heißt, du bist ein Opportunist. Nein, ich würde Semi-Prinzipienreiter sagen, klingt schöner. Klingt schöner. Nein, nein, das soll, das klingt jetzt negativer, als es ist, aber wenn er doch auf ein Festival rumläuft und da ist eine Band, wo er sagt, Alter, die gefällt mir gerade ganz gut, da kann er sich dann auch hinstellen und mit dem Kopf wippen, ob die jetzt 1993 gespielt hat oder nicht, aber das heißt ja nicht, dass er trotzdem in so einer Sphäre lebt. Wir hatten ja schon öfter so Gäste gehabt, die gesagt haben, nach den 90ern brauche ich mir nichts Neues mehr anhören. Das catcht mich alles nicht. Da ist vieles dabei, wo die eigenen Gedanken wahrscheinlich die Ohren zerstören beim Hören von Musik, weil es so das Prinzip ist. Pass auf, das ist 2012 gekommen, finde ich kacke. Ja. Da kann das Album noch so gut sein, aber es findet man kacke. Das glaube ich auch, dass es viele Leute gibt, die so eine alte Black-Metal-Attitüde in sich tragen, ohne Frage. Dennoch, und auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, er läuft auf dem Festival rum, muss spielen oder darf spielen und sieht dann Bands, die ihm vielleicht doch gefallen, zumindest für den Moment. Ob er sich dann im Endeffekt die CD gekauft hat oder so oder ob er sich die zu Hause anhört, das bleibt ihm ja überlassen. Wenn du das hörst, schick mir mal eine WhatsApp und sag mir mal bitte Bescheid, ob du dir aufgrund dieses Festivals Bands anhörst oder auch mal ein Album zugelegt hast, wo du vorher von ausgegangen bist, dass es gar nicht passiert. Du, ich muss da mal, wenn ich das kurz anmerken darf, das ist ja genau das, wovon ich eigentlich im Endeffekt spreche. Es gibt ja keinen hier auf dieser Seite des Äquators, der dann irgendwo sagt, du, also ich persönlich kenne niemanden, der sagen würde, du darfst im Grunde keine Musik nach 95 mehr hören, weil die im Endeffekt, weil das verboten ist oder weil das nicht true genug ist. Und ich persönlich bin der Allerletzte, der sich hinstellen würde und sagen würde, weißt du was, ich verurteile jetzt deinen musikalischen Geschmack, selbst wenn du, keine Ahnung, die Hälfte deiner Zeit irgendwo abhörst oder weiß ich was. Aber dann halt doch einfach den Ball flach. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, du kennst mich, ich bin jemand, der dann immer gerne ein bisschen, ich sag mal, diplomatisch redet und sagt, wenn ich eine Sache, bei mir eine Sache nicht in Stein gehauen ist. Das ist mir neu. Doch, 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 doch. Also wenn bei mir eine Sache nicht in Stein gehauen ist, wenn ich weiß, ich hab dazu, ich sag jetzt mal so eine, ja, ambivalente Einstellung, dann ist es so, dass ich sage so eben, man kann, ich sehe es so, man kann es aber auch so sehen, ich finde beide Sichtweisen vollkommen legitim, solange du mir nicht irgendwo an meine Parade fährst, hab ich mit deiner Einstellung überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn ich allerdings Leute sehe, die dann tatsächlich auf der einen Seite irgendwo beinharte Oldschool-Attitüde vertreten und die dann auch nach außen tragen und auf der anderen Seite diese Attitüde dann eben einfach selbst durchbrechen, indem sie sich offensichtlich auch für, keine Ahnung, zum Beispiel für Musik, die nach 1995 erschienen ist, begeistern können, dann ist das nichts, wo ich sage, Mensch, du, das wäre verboten oder das darfst du nicht, aber dann sei doch wenigstens ehrlich mit dir. Weil das ist das Einzige, was ich im Endeffekt verlange und jetzt nicht nur speziell von ihm, sondern eigentlich im Grunde von jedem da draußen, der Ähnliches von sich gibt und sagt so, ja, das ist das einzig Wahre und alles, was danach kam, ist eigentlich eher im Grunde, nee, es ist eben nicht so. Und ich mag das auch überhaupt nicht, wenn Leute dann irgendwo den Geschmack von anderen Menschen, dich und mich eingeschlossen, in Abrede stellen oder uns unseren Geschmack quasi durch die Blume in Abrede stellen, nur weil wir sagen, ja Mensch, es gibt aber in den letzten 25 Jahren noch eine Menge gutes Zeug. Und dann auf der anderen Seite genau das zu tun und sich dann hinzustellen und zum Beispiel eine aktuelle Band zu feiern, dann ist es so, dann bin ich ganz eigen, dann sage ich dir so, dann hast du doch lieber mal vor den Mund gehalten. Du musst doch diese Attitüde, deine Musik ist doch gut genug, du musst doch hier nicht darauf irgendwie pochen, dass du jetzt, keine Ahnung, den Oldschool-Löffel aber ganz tief geschluckt hast. Ist doch gar nicht notwendig. Spül doch einfach deine Mucke und halt ansonsten dich bedeckt. Das ist doch gar nicht so schwierig. Aber ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen achweißig. Du kennst mich. Natürlich. Ich spül mich immer gerne auf. Ja, aber die Sache ist ja die, ich kenne ja einige tatsächlich, auch von früher, die wirklich sagen, so nach der Philosophin von Bursum kann gar nichts mehr, was man noch vernünftig Black Metal nennen kann und so. Und ich glaube denen das, ich glaube denen das auch aufs Wort. Ich glaube auch vielen, dass sie das authentisch tatsächlich so meinen. Was mich halt nur immer stutzig macht, ist, dass tatsächlich, Leute, ihr hört bitte die Folge von Anfang an und jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage, müsst ihr einen Schnaps trinken. dass sie durch ihre Gedankengänge für neue Musik nicht empfänglich wären, wie es die neue Musik eigentlich verdient. Ich glaube, die Gedanken zerstören das Gehör, was ich eben gesagt habe. Und kann man den, kann man den Leuten vorwerfen oder nicht? Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde es nur schade, weil ich glaube, dass Leute, die sagen, wir haben 1996 hat es aufgehört Black Metal zu sein oder es gibt keine gute Black Metal Musik mehr, dass sie vieles verpassen. Du, da bin ich hundertprozentig auf deiner Seite. Und das ist genau der Punkt. Es ist, für mich hat das immer so eine Form von, von geschmacklicher Limitierung, mit der ich persönlich, rein persönlich, gar nichts anfangen kann. Also wirklich gar nichts. Und ich meine, auch ich kategorisiere natürlich auch die Evolution und die Geschichte unserer, ich wollte jetzt schon Bewegung sagen, unserer Szene im Grunde selbst auch. Und habe natürlich so meine, wo ich sage, so das ist quasi die goldene Ära und dann kam so die silberne und jetzt sind wir eben in der neuzeitlichen und jede einzelne Ära hat tatsächlich irgendwo ihre wirklichen Helden hervorgebracht und wirkliche Könner und wirklich große Talente zum Vorsteigen gebracht. Und ja, in jedem und an jeder Spielart und in jedem Bereich kann ich irgendwo die Highlights entdecken für mich, die mir auch mein Leben irgendwo aufgewertet haben. Wie gesagt, das ist eine Sache und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die andere Sache ist eben die, dass ich eben ich persönlich einmal mehr irgendwie so ein massives Problem damit habe, wenn man sich selbst verarscht. Nicht verarscht, aber selbst belügt. Das heißt also, wenn du merkst... Tun sie das denn? Das ist, in meinen Augen ja, weil du hast einfach für deine gewisse Zeit, hast du, also für eine gewisse Epoche, hast du dein echtes Pläsier und du sagst so, das ist genau das, wo alles für mich zusammenkommt und das war so die goldene Ära. So, ich sehe das ja genauso. Ich sage das, das ist die goldene Ära. So, und die kann ich als solche auch bezeichnen. Das ist der Grundstein. Ich würde sagen, das ist der Grundstein für alles, was danach gekommen ist. Genau, nennen wir es den Grundstein. Aber dann auf der anderen Seite eben, weißt du, für mich geht nämlich immer mit diesem danach kommt nichts mehr. Immer einher, dass du quasi den Geschmack beziehungsweise die Vorlieben anderer in deinen eigenen Szenebereich irgendwo herabsetzt. Indem du dich dann einfach hinstellst und sagst, danach kam nichts Geiles mehr. Und wenn ihr das anders seht, dann seid ihr irgendwie doof oder falsch gepolt. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Erst recht, wenn der visuelle Nachweis dann doch eben zeigt, ja, du findest auch heute noch Mucke geil. So, also erzähl doch einfach nicht so ein Zeug. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach den Ball flach zu halten. Und du hast es ja selbst auch unter den Kommentaren, speziell unter dem Elum-Video gesehen, das sehen diverse Leute so. Die sagen so, ja, das ist aber ein bisschen, sie werden dann höflich und sagen, das ist halt ein limitierter Blick und so weiter. Ich persönlich nenne das Kind jetzt einfach mal beim Namen. Und das ist jetzt kein Ding, wo ich sage so, ja, ich will hier irgendwie einen Streit vom Zaun brechen und so weiter. Aber wenn man dann selbst seine eigenen Aussagen so ein bisschen auch mal so einen Prüfstein unterzieht, weißt du, und sagt, naja, vielleicht ist es ja doch so, dass auch heute noch gutes Zeug rausgekratzt wird, dann ist das okay, dann wird dich nie einer aburteilen dafür. Das passiert immer nur dann, wenn du sozusagen das eine sagst und das andere machst. So, Ende. Quasi. Gut, dann lass uns mal zum Auftritt kommen. Ich sehe nämlich schon wieder die fortgeschrittene Zeit und wir hatten ja eigentlich vor, das ein bisschen kürzer zu halten. Das ist gelungen. Ilum Adora. Ja. Unkenntlich gemacht auf der Bühne mit ähnlichen Masken wie Miguar. Das ist wirklich eine Scheißegal-Attitüde gewesen. Das ist wirklich, ich spiele meinen Scheiß runter, ist mir völlig egal, was ihr davon haltet. Hat irgendwie mit toten Ratten ins Publikum geworfen und hat auch nachher auf so einen Mikroständer getreten und so, den ich ihm dann mitten während des Giges bin ich dann auf die Bühne gerannt und hab ihm den weggenommen, weil ich quasi trotz Monitor-Musik gehört habe, wie Irrsinn hinten am FOH flucht. fand ich richtig, richtig gut den Auftritt. Also das kann ich unvoreingenommen sagen. Ich fand die Musik live auch einen absoluten Brecher und das war auf jeden Fall der Gig dieses Wochenendes mit der härtesten Black-Metal-Attitüde. Wir kommen ja nachher noch zu Trudensang. Das würde ich auf eine ähnliche Stufe stellen, aber anders. Ilo Madora war wirklich wie zum Beispiel Torke in seinen besten Zeiten, wo ihm auch eigentlich scheißegal ist alles. Ja, du, wie gesagt, von der Performance her und so weiter, ja, du, wenn ich jetzt, wenn ich das Ganze mal so ein bisschen, also die ganze Vorgeschichte und so weiter als ausklammern würde, wenn ich nur die Performance selbst gesehen hätte, dann hätte ich mir so irgendwie hingestellt und gesagt, so, das ist, jo, das ist energiegeladen, das ist kompetent, das hat so ein bisschen auch so diesen Wunsch zumindest, so eine gewisse, ja auch Aggression quasi, nicht nur rauszulassen, sondern eben auch von der Bühne runter zu strahlen und das finde ich natürlich immer sehr, sehr, ja, das reißt auch mich mit, wenn es gut gemacht ist. Ja, wie gesagt, auf der anderen Seite denkst du dann, ja, ich kann ja meine Birne nicht ausstellen, weißt du, ich denke dann im nächsten Moment wieder, ja, das ist spätestens, wenn er von der Bühne geht, dann irgendwo wieder erledigt. So, und ich will jetzt kein Arschloch sein, wie gesagt, also die Mucke selbst, die ist gut, definitiv und die Performance war auch richtig gut, aber das ist eben genau das, wovon ich immer wieder spreche, wenn ich sage, ich will die Leute dahinter gar nicht irgendwo näher kennenlernen, beziehungsweise gar nicht wissen, wie die ticken. Das ist natürlich blöd für so eine Sache wie den Hardstack-Podcast, weil ja immer wieder Leute da quasi eingeladen werden, die im Endeffekt dann so von sich und so erzählen, aber die Sache ist ja eben die, du hast eben immer die Gefahr, dass du dann, sagen wir mal, dass dein, das Bild der Performance oder das Bild des Künstlers durch das Bild der Privatperson irgendwo beeinflusst wird und dass dir dann so manche Band dann irgendwo so ein bisschen verleidet wird. Das ist jetzt nicht hier extrem der Fall, dafür bin ich jetzt nicht genug Fanboy, aber du nimmst es halt wahr, wie gesagt, aber darüber hinaus, also wie das zu funktionieren hat und wie man die eigene Musik kompetent spielt, komponiert und dann auch nach außen transportiert, Daumen hoch, da will ich gar nichts sagen, da will ich gar nichts sagen. Ja, genau, also Hallig, Ilumadora, Panishida und Grafjama, wenn ich das zusammenfassen darf. Mit Trudensang, wo wir jetzt zu kommen, das haben natürlich den absolut bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich will die Leute von Neun hier nochmal außen vor lassen, haben wir beim Bata drüber gesprochen. Ja, Trudensang, was gibt es zu Trudensang noch zu sagen? Jeder, der vor zwei oder drei Jahren oder wann das letzte UTBS war, Trudensang namittags bei Tageslicht gesehen hat, hat gesagt, das war der beste Gig des Wochenendes. Der Aufbau war wieder sehr opulent, sehr, war ohne kitschig zu wirken, sehr, sehr blutig, sehr zerrissen, zerfleddert, modrig und wie man, ich glaube, Trudensang können nicht schlecht. Machen wir uns nichts vor. Die haben so eine martiale, zwei, drei, vier Mal gesehen, Trudensang waren immer ein Highlight, egal wo sie waren. Es ist nie irgendwo gewesen, wo sie untergegangen sind, wo man gesagt hat, okay, das war eine Band von vielen. Trudensang ist ein Augenschmaus, ein Ohrenschmaus und für jeden Blackmetaller ein Pflichtkonzert. Ja, die haben diese martialische Atmosphäre einfach an sich und die kommt bei denen ganz organisch rüber. Das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, irgendwie, hier spielen Leute gerade so ein bisschen Charade für dich. Das mag so sein, wie gesagt, ich gucke da nicht hinter die Kulissen, aber wenn du auf der Bühne bist, ich meine, die Performance, ich habe das, das ist so, das war so, so 2019 war das, glaube ich, als wir das letzte Mal auf dem OTBS hatten, das war so eine Band von denen, als ich da hinter meinem Stand saß und eigentlich, da fühle ich mich immer recht wohl, weil wie gesagt, schön sitzen und Ventilatoren und entspannt so, aber das war so eine, wo ich gesagt habe, so okay, wir haben jetzt hier 75 Grad im Schatten und trotzdem stehe ich jetzt aus meinem Dreckstuhl auf und gehe jetzt nach vorne zur Bühne, um zu gucken, was ich hier gerade eben im Ohren, also peripher im Ohr gehört habe, weil das, das interessiert mich jetzt. Und dann stehst du da vorne und denkst so, ja scheiße, ihr habt mich gerade echt aus meinem Stuhl geholt. Das ist, wisst ihr, wie selten sowas vorgibt, kommt und dann stehst du da und bist einfach nur perplex und denkst so, boah, die reißen richtig was ab. Und dann setzt du dich hinterher wieder hin und dann kommt auf einmal die Welle auf einen zu, so von wegen, so habt ihr was von Truden sagen, ist da noch was da und da und hier noch ein Niki oder so und CD und so, was wie, nein, keine Ahnung, lass mich in Ruhe, ich bin selbst noch geflasht. Ja, aber das ist eben so, wie gesagt, das passiert so selten, dass wirklich einen so eine Truppe auch wirklich abholt beziehungsweise von hinten durch die kalte Küche einfach so für sich überzeugt, obwohl du gar nichts davon irgendwo erwartet hast, das, ja, Props, aber definitiv. Zum Abschluss kam dann Todgelichter. Das hab ich dann genutzt, zu sagen, so Leute, als die Band auf der Bühne war, ich mach jetzt Feierabend, ich hab keinen Bock mehr. Ja, hab ich gemerkt. Hab dann mit Leuten Bier getrunken, wo ich das ganze Festival überversprochen hab, pass mal auf, ich komm gleich mal runter auf ein Bier. Und das hab ich dann auch genutzt und, ja, Todgelichter holt mich nie so riesig ab, aber ich weiß, dass Todgelichter unfassbar viele Fans hat und das auch zu Recht. Nur mich lächst es halt relativ kalt. Also, ist jetzt nicht so, wo ich sage, Mensch, für mich wäre das jetzt eine Top-5-Band oder so, aber ich weiß zum Beispiel, Irrsinn ist ein absoluter Todgelichter-Fan und wenn einer Ahnung von Musik hat, ist es Irrsinn halt oder andere Leute. Da bin ich dann raus und war dann auch dankbar, dass ich dann auch wirklich mal ein Bier und einen Schnaps bestellen konnte und mal mit Leuten reden konnte, die ich sonst das ganze Festival vernachlässigt habe und gesagt habe, komm, wir trinken später mal ein Bier, wenn ich hier mal fünf Minuten Zeit finde. Ende vom Lied war, dass ich eigentlich gar nicht so betrunken sein wollte wie an dem Abend, wie das dann stattgefunden hat. und es hat sich aber gelohnt. Also Fazit vom Folter-Rekords-Geburtstag oder hast du noch was zu Todgelichter zu sagen? Zu Todgelichter nicht, aber ich habe nachher noch irgendwo was, was ich generell zu einer Kleinigkeit, die mir auf dem Festival quasi angetragen wurde, zu sagen habe. Aber zu Todgelichter selbst, ja, das ist, wie sagt man so schön, das ist ein Shure Shot. Also das ist, die kommen, die spielen, die sind professionell, die haben ihre Fans, die gehen von der Bühne und haben davor eben in der Regel eine überzeugende Performance abgeliefert. Aber an und für sich, so rein von meinem persönlichen Herzblut hängt da nichts dran. Das ist eine Band, die ich respektieren kann, aber auch eine, die ich jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie, wo ich kein Fanboy bin. War nie so, wird auch so nie sein. Damit ist das Thema auch schon abgehakt. Wie gesagt, ich weiß, Ernst, sie ist ein Hardcore-Fan und der freut sich da jedes Mal und wenn Ernst sich freut, da freut mich auch. Aber darüber nachher aus, wie gesagt. Generelles Fazit für mich, also ich habe das Gefühl gehabt, es war, auch wenn es natürlich, auch der Job als Stage-Manager ist nicht immer ganz von Stress befreit, gerade wenn du nur so 15 Minuten Umbaupause hast und meine Band fünf Minuten überzieht. das entspannteste Mal, wo ich Stage-Manager war, ich bin geflasht von so einigen Auftritten, von einigen neuen Leuten, die ich so kennengelernt habe. Wenn ich in der Rückschau der letzten Jahre, habe ich noch nie so viele Leute so intensiv kennengelernt, obwohl ich das ja schon öfter gemacht habe. und ja, auch um das, auch wenn ich jetzt spoilere, weil ich gleich noch ein paar Minuten wenigstens was über das Fimbul erzählen will, da warst du ja nicht dabei, war das für mich dieses Jahr tatsächlich unangefochten das Highlight dieser Volter-Rekords-Geburtstag. Ja, ja gut, also für mich auch natürlich, wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es ist immer ein Heimspiel und dementsprechend macht es auch immer Laune. rein von der Organisation her, wie gesagt, da warst du nicht dran unbeteiligt, da war Ernst und all die anderen ja, steten, helfenden Hände, die da mit irgendwo auf der Bühne wirken und davor wirken und im Hintergrund, die haben das Ganze einmal mehr irgendwie gesagt zu einer äußerst angenehmen Sache gemacht. Eine kleine, also zwei Nebensätze dazu nur, also wie gesagt, rein von der Orga her und von dem vor allen Dingen, wie auch gerade so Probleme oder Ausfälle einfach gehandelt wurden und dass das einfach mehr oder weniger problemlos ineinander greift und du nie das Gefühl hast, dass jetzt irgendwo gerade jetzt die Kontrolle abhanden kommt, sondern sofort irgendwo immer innert er bereitsteht, um sozusagen denjenigen, der aus der Reihe gefallen ist, dann zu ersetzen. Das ist einfach geil. Das ist so, weißt du, ja, so eine runde Sache, weißt du, wenn wirklich alles so funktioniert, wenn die Rädchen greifen und so und die Leute sich gegenseitig supporten, weißt du, so schwobelig das auch klingen mag, aber es ist einfach toll, wenn du sowas eben miterleben kannst, weil du dann das Gefühl hast, Mensch, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und das ist eben eine feine, feine Sache, noch um, wie gesagt, auch von so einer, ich sag mal, so einer undergroundigen Gelassenheit und Freiheit und Ungezwungenheit begleitet. Ich persönlich finde das großartig. Deswegen ist das auch so, ist die Kategorie auch wirklich meine Lieblingskategorie an Festivals, also so der Größenordnung, größer darf es für mich nicht werden, geht mir auf den Sack, mag ich nicht, habe ich ausprobiert, mache ich nicht nochmal. Kleiner kann man machen, aber das ist so diese goldene Mitte und das hat auch dieses Wochenende auch mal wieder einfach absolut bewiesen. Es war ein Highlight, definitiv. Zwei Sachen dennoch noch anzumerken, Punkt eins und das ist eine Sache, die ist mir schon nicht nur bei meinem letzten anderen Backsun, sondern jetzt wurde es an diesem Wochenende ganz gezielt auf mich zugetragen. Du hast es ja mitbekommen, wir hatten ja letztens wie gesagt auch hier die Anna bei uns im Podcast gehabt, die macht ja auch selbst ihre Fotos da vorne und sie war ja nicht die Einzige am Platz, die ihre Aufnahmen da macht. Was mir vor zwei Jahren, zwei Jahren und auch dieses Jahr wieder zugetragen wurde, ist, dass da draußen Fotojournalisten, Fotojournalisten in Anführungsstrichen unterwegs sind, die die Hälfte der Zeit die Kamera, das Geschehen ist auf der Bühne im Blick haben und die andere Hälfte der Zeit ihre Fotolinse dahin halten, wo sie eigentlich nicht hingehört. und auf Personen, wo sie nicht hingehört. Und wenn sie darauf angesprochen werden, was sie da eigentlich machen und welchen Zweck das dient, dann mit einem Flapsinger ist doch geil, antworten. Das ist eine Sache, sollte mir das ein einziges Mal unterkommen oder sollte das auf frischer Tat irgendwo mitbekommen und so weiter. Dann ist Schluss mit lustig. Wenn sowas ist, wenn sowas passiert und ich arbeite irgendwo im Festival und jemand sieht, dass ich dann da bin, einfach ansprechen, dann klären wir das. Also ich gehe jetzt davon aus, wenn du das jetzt so beschreibst, wie du das beschreibst, dass es eher so in den unsittlichen Bereich ging. Ist das richtig? Exakt, ganz genau. Ja, das geht gar nicht. Also liebe Ladies, liebe Kerle, die ihr das da draußen hört und euch das auffällt, sofort einen Hinweis geben, nicht sofort zu den Securities gehen, weil die können ja nicht auf jedem Kommentar, können sie ja nicht ernst nehmen. Geht zu Leuten hin, die so ein bisschen das beurteilen können und dann klärt man das. Und wenn dieser oder diese Fotografin in Anführungszeichen ja damit auffällig ist, dann fliegt der, dann kriegt er das Bändchen durchgeschnitten und dann war es das. Und da kennt man auch kein, pardon, also wirklich nicht, da gibt es auch keinen hier, pass auf, du hast noch eine zweite Chance verdient oder so, das ist eine Sache, die geht gar nicht und dann muss dieserjenige runter vom Platz, ganz einfache Kiste und das ohne Diskussion. Meine absolute Meinung, ganz genau. Und das ist eben eine Sache, weißt du, wir hatten ja auch schon, auch jetzt in Podcast-Vergangenheit hatten wir immer mal wieder das Thema auch, dass dann zum Beispiel, ach gerade so, weißt du, ich will nicht päpstlicher als der Papst sein. Du kennst mich normalerweise, ich bin auch immer für einen kleinen Schnack zu haben und für eine kleine flapsige Bemerkung. Manch einer würde sagen, oh Mensch, du bist aber ein bisschen unter die Gürtellinie. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das nicht ernst meine. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das normalerweise eben wie gesagt, auch mit dem Augenzwinkern sage. Aber es gibt gewisse Bereiche, die dann schon wirklich definitiv in so eine abseitige Richtung abdriften. Da ist der Spaß vorbei. Und wenn du dann auch noch auf frischer Tat dabei ertappt wirst und dich dann noch nicht mal in irgendeiner Form, also du noch nicht mal an der Rechtfertigung versuchst, sondern einfach ganz offen zugibst, dass du ein perverser alter Sack bist, dann hört der Spaß, wie gesagt, einfach auf. Und sollte das tatsächlich irgendwo mal nicht nur irgendwo, dann sozusagen im Nachgang an mich herangetragen werden, sondern eben auch dann, dann wüsste ich definitiv zwei, drei Leute, die ich dann ansprechen könnte, von denen ich dann sage, so Leute, wir müssen jetzt mal sehen, dass der vom Platz kommt. Weil sowas, wie gesagt, darf einfach nicht passieren. Dafür ist du bei aller Offenheit und Freiheit, aber da ist die Grenze für mich auch erreicht. Das zum einen. Der andere Punkt, und den wollte ich noch kurz nachträglich auch zum Bata und auch zu dem Festival jetzt, also zum Folterfest, irgendwo noch mit ansprechen. Kleiner Shoutout an die Leute, die tatsächlich irgendwo unseren Podcast mitverfolgen. Nicht nur in Bad, sondern auch dieses, an diesem besagten Wochenende sind quasi so Leute auf uns zugekommen und haben uns angesprochen, haben ihre Meinung kundgetan bezüglich des Podcastes und so weiter und dass sie uns ab und zu auch zuhören und dann eben auch kontroverse Meinungen auf den Tisch gebracht, zum Beispiel dann ganz ehrlich auch gesagt, so das und das wurde auf den Tisch gebracht, hat uns nicht gefallen oder hat mir nicht gefallen, fand ich nicht gut beziehungsweise da fand ich mich irgendwie schlecht repräsentiert oder hab mich da nicht wiedergefunden oder ich fand das anmaßend oder frech oder weiß ich was. Scheißegal, selbst wenn die Meinung kontrovers war und selbst wenn die Kritik tatsächlich in eine negative Richtung ging, trotzdem die Art und Weise, wie das passiert ist, war immer freundlich und respektvoll und das ist eine Sache, wo ich sage, dass wir uns auf so einem Level bewegen können, dass wir tatsächlich irgendwo Kritik zugetragen bekommen, aber das auf eine respektvolle Art und Weise, das ist eigentlich, finde ich, eine mit der besten Errungenschaften und größten Errungenschaften, die wir hier auf die Beine gestellt haben. Und das ist etwas, wo ich dann auch im Nachgang auch wirklich von gezerrt habe und gesagt habe, wenn das in so eine Richtung geht, du wirst immer Leute dabei haben, die dann einfach schon aus Prinzip einen Daumen runtergeben, weil sie halt Arschgesichter sind, aber es gibt halt genug Leute da draußen, die eben auch manchmal nicht mit dir konform gehen und dann trotzdem aber in der Lage sind, sich wie zivilisierte Menschen dann irgendwo auf dich zuzubegeben sagen so, ich mag eure Sendung, aber da hast du daneben gegriffen, dann kannst du dich rechtfertigen oder kannst es eingestehen, aber ihr habt einen Dialog, ihr seid in den Dialog getreten und das ist richtig geil. Und da komme ich auch zu dem letzten abschließenden Punkt, zu dem Festival, was ich auch unbedingt loswerden wollte und zwar gehen hier wirklich gesonderte und spezielle Grüße aus an Sören, aus dem Erzgebirge. Wir hatten schon länger online so ein bisschen Kontakt. Du erinnerst dich, als wir auf dem Zeltplatz waren, haben wir uns ein bisschen mit ihm unterhalten. Ja, ja, ich erinnere mich. Genau. Und da weiß ich genau, er ist ein treuer Zuhörer und das ist ein total korrekter Typ, der auch wirklich auch nicht mit der Kritik spart, aber die auch fundiert zu unterfüttern weiß und sagt, das hat mir gefallen, dass du mich so wie du es gesagt hast. Und Sören ist mir auf jeden Fall in all den Wochen jetzt besonders in Erinnerung geblieben. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und ich weiß, er hört sich das an und deswegen, lieber Sören, danke, dass ich dich kennenlernen durfte, du bist ein geiler Typ. Ja, unterstreiche ich. Gut. Mit Blick auf die Uhr, wir haben schon wieder ein Dreiviertelstunde. Unglaublich. Ich raste aus. Übrigens, fällt mir mal gerade ein, den mache ich gleich, wenn du es noch mal gesagt hast. Dann komme ich da noch mal drauf zurück, weil ich noch nicht mehr den genauen Wortlaut weiß, aber ich weiß, dass du es so wie du es noch mal sagst. Jetzt will ich mal kurz zum Fimbul-Festival noch was sagen. Jetzt weiß ich genau, kannst du nicht viel sagen, weil du nicht dabei warst. Richtig. Aber ich war dabei. Richtig. Ich war dabei. Das sind, für die Leute, die es nicht wissen, Fimbul-Festival ist quasi das Ausweich-Festival vom Darktroll-Festival und findet auch genau auf dieser Burg statt. Dort durften knapp 600 Gäste durften sich da eine Karte kaufen und die hatten auch eine Running Order oder ein Line-Up, wo ich von vornherein gesagt habe, pass auf, dies Jahr interessiert mich das nicht so, abgesehen von Imperium, Dekadenz und Halfas. Ich habe mich geirrt, komme ich gleich zu. Aber da fährt man ja nicht mehr hin, also ich glaube auch, die Gäste, die fahren da nicht mehr hin wegen dem Line-Up. Natürlich muss das Line-Up eine gewisse Qualität haben und ich bin fest davon überzeugt, die Crew um Kelly und Mike bringen immer was auf die Beine, was jeden interessiert. Aber diesmal war es für mich nicht der ausschlaggebende Grund und zwar gehe ich mal ganz schnell den Freitag durch, nenne euch die Bands, die da gespielt haben, über Jarl, die geöffnet haben, haben wir schon gesprochen. Ach übrigens, ich habe da diesmal den Einlass machen dürfen, wo wir gerade sprechen von Leuten, die einen ansprechen wegen Kritik und so. Und wenn du den Einlass machst, ist es ja so, dass auch jede Nase, die da auf dieses Festivalgelände geht, an dir vorbei muss. Ich habe, glaube ich, mein Leben noch nie so viele Hände geschüttelt wie an diesem Wochenende und das war mega, was da auch an Kritik und so durchgedrungen ist, fand ich total toll. Ich habe immer noch Probleme damit umzugehen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich habe mich riesig über jedes einzelne Lob und auch jede einzelne Kritik gefreut. So, Freitag. Jarl hat gespielt, haben wir schon beim Barter darüber gesprochen, super Truppe. Triumph and Tragedy habe ich nicht verfolgt, habe ich gearbeitet. Saxorio haben wir gesprochen. Dann kam mein erstes Highlight, was ich nicht auf der Kette hatte und zwar Seer Bliss. Seer Bliss ist eine Black Metal Kombo mit Posaune aus Ungarn. Ja, du lachst. War das ein starker Gig. Ohne Scheiß. Danach habe ich mir Seer Bliss ganz weit oben auf meine Liste gesetzt und werde mir auf jeden Fall die komplette Diskografie zulegen. Das hat mich, wenn ich alle drei Festivals zusammennehme, mit am bleibendsten einen Eindruck hinterlassen. Muss ich eindeutig zu geben. Allein diese Posaune, wie die da reinpasst zum Black Metal, das kann man sich nicht vorstellen. Und ihre Touren ja wohl auch schon seit Mitte der 90er rum, wenn ich mich recht erinnere. Hatte ich nie auf dem Schirm, aber alle sagten, da solltest du mal einen Blick drauf werfen. Habe ich gemacht und hat sich gelohnt. Seer Bliss, Mega-Gig. Und dann kam Tulkandra, Tulkandra, Entschuldigung, kam dann. Habe ich dann wieder nicht verfolgt, weil jemand, der die gucken wollte, die habe ich dann abgelöst. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt eine Tour in Deutschland angekündigt und ich weiß nicht, ob es da schon wieder eine offene Kontroverse wegen dieser Band gibt. Habe ich nicht mitgekommen. Jedenfalls habe ich hier und da schon wieder gelesen, dass sich einige beschwert haben, dass die irgendwo spielen. Was da los war, kein blassen Schimmer. Ich habe das nicht auf der Seite. Tulkandra? Was soll da los sein? Ich weiß es nicht. Dissection Warship vom Allerfeinsten, aber darüber hinaus sind die doch so harmlos wie kleine Hunde. Also das ist, was soll da passiert sein? Das ist erstaunlich. Na gut, müssen wir mal nachprüfen. Dann gab es Eminenz. Eminenz habe ich gedacht, okay, die Generation vor mir sagt immer, Eminenz wäre das Must See Ding. Und ich habe Respekt vor der Generation vor mir und habe gesagt, dann guckst du dir jetzt mal so zwei Lieder an, damit du sagen kannst, die hast du wenigstens mal gesehen. Und alter Schwede, war das ein geiler Gig. Also wirklich, ja, ohne Scheiß, auch die Musik eignet sich live, ja, super geil. Und, ähm, Eminenz habe ich jetzt auch auf dem Schirm definitiv, wenn die irgendwo auftreten oder so, fahre ich hin, schaue ich mir an. Ich habe das unterschätzt, weil es wirklich nur ältere Herren und Damen waren, die mir die Band empfohlen hat. Und da bin ich dann immer so ein bisschen, hm, das sind so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt ja auch vieles, was die ältere Generation hört, was ich derbel langweilig finde. Aber das trifft auf Eminenz nicht zu, war ein super geiler Gig. Tja, dann wurde der Samstag eröffnet mit unseren Freunden von Iron Kindle Pest. Der Frank hat, äh, kam vor dem Gig zu mir und sagt, er hatte noch nie so Lampenfieber wie vor dem Gig. Der hat gesagt, er hat noch nie auf so einer geilen Bühne gespielt vor, äh, so witzigen, coolen Leuten. Und, äh, die haben auch wieder richtig aufgeräumt. Äh, mein Highlight war dann irgendwie so, dass, äh, Frank das Publikum zum Abstands-Moshpit aufgefordert hat, was daraus letztendlich geworden ist. Abstands-Moshpit? Bei mir ist ein Paradox. So, und jetzt ein Abstands-Moshpit. Und, äh, da hab ich mich geärgert, dass ich gearbeitet hab, äh, weil das hätte ich dann doch tatsächlich gerne gesehen. Ich musste auf jeden Fall ein Minütchen lachen. Ja. Ähm, worauf, äh, worüber ich mich ärgere, war danach, Kanker, Kanker, hab ich im Nachhinein festgestellt, dass ich die eigentlich mag, aber bei dem Festival-Wochenende hatte ich die nicht auf dem Schirm. Da hab ich, wusste ich nicht, keine Ahnung. Und, äh, ich mochte die allerdings und hab da natürlich kein Auge drauf geworfen, heute ärgere ich mich. Dann gab es den creepiesten Gig, den ich je gesehen hab. Und zwar irgendeine Pagan-Kapelle, Ratnerröck, die hatten da so einen Henker mit irgendwie 120 Kilo in so so eine Lack-Henkers-Maske, der dann den Leuten über irgendwelchen Schläuchen Whisky ins Gesicht geschüttet hat. Was? Und die Musik war halt auch so, wenn der, das war wirklich so, ich weiß nicht, ich hab da, ich hab da gestanden, ähnlich wie Totenlegion, ich wusste 10 Minuten nicht, wie ich damit umgehen sollte. Das war ganz, ganz creepy. Also wenn einer die Möglichkeit hat, mal mal Bilder von zu sehen, da gibt's jetzt schon einiges im Netz von, guckt euch das mal an. Also, ich bin zu alt dafür. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so bei den jungen Leuten so ein bisschen dieses Party-Sauf-Ding und wenn's dann ein bisschen abgedreht ist, zieht, aber ich bin einfach zu alt dafür. Dann kam Truthwanger, Truthwanger haben wir schon über das Bata-Metal-Opener gesprochen, ohne jede Frage, wenn's Pagan sein muss, dann kann man sich Truthwanger geben, weil da nicht dieses Ufta-Ufta-Teteret stattfindet, sondern weil's wirklich ein bisschen düsterer läuft. Storm Warrior hab ich nicht gesehen. Decembre Noir, ähm, ja, find ich langweilig. Also wirklich, also ich hab, ich hab mir das jetzt, ich hab die glaub ich schon irgendwann mal gesehen, hab jetzt noch mal ein Lied geguckt auf ein, auf ein Fimbul, ich hab dann noch einen wieder abgelöst von der Arbeit, weil der die unbedingt gucken wollte. Decembre Noir find ich langweilig, ist nicht meins. Imperium Dekadenz, abgeliefert, wie immer, stark, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch, ist auch so eine Generation älter als wir, aber auch dementsprechend Profis und live ist die Musik natürlich so atmosphärisch und episch, äh, da kannst du nix falsch machen. Und, zuletzt, wir wissen alle, dass beim Dark Troll man unbedingt, ob man sie kennt oder nicht, die letzte Band sehen muss. Das ist immer das Highlight und das war Enisum damals, erste Gig in Deutschland, ist dann durch die Decke gegangen. Wederganger damals, danach haben die ihr, äh, Bandende bekannt gegeben, war ein riesiger Abriss. Türgrimm gibt es heute auch nicht mehr. Und diesmal hatten Halfas die Ehre, äh, da zu spielen und die hatten Feuertonnen dabei, also die haben das richtig, ähm, zelebriert, den letzten Gig. Und, äh, ja, wenn ich so in meiner Black-Metal-Bubble unterwegs bin, hab ich den Eindruck, ist aber nur subjektiv, dass Halfas-Inhalte von dem Gig am häufigsten vom Fimbul geteilt wurden. Kann mich täuschen, weil ich nicht immer alles im Auge habe, aber der Halfas-Gig, der hat wohl am meisten Eindruck hinterlassen, so zumindest, wenn ich die sozialen Medien so betrachte. Was bleibt noch zum Fimbul zu sagen? Bandbetreuung, Weltklasse. Crewbetreuung, Überweltklasse. Also, ich sage immer, da können sich andere Festivals von, äh, eine Scheibe von abschneiden. Ich sag aber auch, das ist schon fast nicht möglich. Wer da in die Crew darf, und die haben eine Warteliste, wer da in die Crew darf, der hat riesiges Glück gehabt. Mike und Kelly sind so unfassbar herzliche Menschen, die für jeden einzelnen, äh, Ohr haben, die auch einen flotten Spruch auf den Lippen haben, die sich auch um jeden Belang kümmern, sich nicht zu fein sind, mit jedem mal ein Bier oder einen Schnaps zu trinken. Ähm, ich hab auch dieses Jahr das Gefühl gehabt, mittlerweile ist die Crew so eingespielt, dass jeder weiß, was er macht, und dass es am stressfreisten war. Und, ähm, Leute, lasst euch auf die Warteliste setzen, Crew in, beim Darktroll-Festival. Wenn ich das richtig Erinnerung habe, wollen Mike und Kelly ab nächstes Jahr das Darktroll und das Filmball veranstalten, da gehe ich davon aus, dass mindestens bei einer Veranstaltung einige Crewleute nicht mitmachen, äh, von der Stab-Crew, dass man da vielleicht reinkommen kann. Helfen kann es, wenn ihr jemanden kennt, der da mit drin ist, der auf dessen Wort auch Verlass ist vielleicht, ähm, dass er da vielleicht mal nachfragt. Aber, ähm, wenn man in die Crew, in eine Crew beim Festival reinschnuppern will, dann sollte man das nicht bei der Darktroll-Crew machen, weil man danach für alle anderen Festivals versaut ist. Das sag ich so, wie es ist. Die Verpflegung ist, du kriegst alles, was du willst, du musst nur deinen Job machen, die, das Zwischenmenschliche ist, Weltklasse. Ich hab ne Freundin mal gefragt, ob ich die mal mit ins Backstage nehmen kann, äh, weil da noch jemand war und, äh, die sich dann kennenlernen wollten und so. Das hat alles easy peasy geklappt und, ähm, das ist ein Festival, ich glaub, die können auch sagen, wir lassen gar nichts spielen, wir machen nur Camping, da würd ich, da würd ich drei Tage hinfahren. Dann ist so. Ja, das ist ja, das klingt gut. Das klingt nicht verkehrt. Warum warst du eigentlich noch nie da? Das ist ne gute Frage. Das ist ne sehr gute Frage. Also normalerweise, ähm, ich hab's ja vorhin schon angedeutet, ne, ich hab bin so, so ein kleines Gewohnheitstier und mich da irgendwo an was Neues ranzutaten. Also ich hab mir definitiv, ähm, das eigentlich im Grunde hätte ich schon 2020 auf dem Darktour sein müssen, weil, äh, Uprising da, ähm, ihr zweites Album veröffentlicht hat. Dann ein Jahr später, dieses Jahr, äh, wollten wir eigentlich das Re-Release des Debuts dort eben quasi, äh, ja, präsentieren, also wieder Uprising und auch einmal mehr wäre ich persönlich vor Ort gewesen. Wieder nix. Ähm, nächstes Jahr, werden wir wahrscheinlich schon mit Uprising 3 an den Start gehen können. Äh, Scheißegal, Hauptsache die Band spielt, also ist so angedacht und das heißt, dementsprechend werde ich auch da sein und wenn ich mich dann quasi dort direkt vor Ort von all dem überzeugen kann, was du gerade schon eben so angepriesen hast, dann kann es auch sehr, sehr gut sein, dass ich mich künftig eben auch einfach, wie ich sagte, ich bin Gewohnheitstier, ähm, auch da regelmäßig hinbegeben werde. Hättest du nicht zwingend als Teil der True, äh, als Teil der True, ach, der True Crew. Der True Crew, genau, als Teil der Crew, weil ich, du kennst mich, ne, ähm, ich und Arbeit, mhm, aber, äh, ja. Das sind zwei Dinge aus zwei unterschiedlichen Welten. So ist es, genau, ne, ich, genau, ich mach mir gerne so den, äh, äh, lustigen Monolithen und steh dann irgendwo rum, aber alles darüber hinaus. Ne, und, ähm, werd mir das auf jeden Fall gerne mal angucken, weil die Gelegenheit jetzt einfach günstig ist und wenn das passt, dann darfst du auch damit rechnen, dass ich da auch häufiger aufschlagen werde, Dann können wir uns auch mal ausgiebiger, dann können wir auch mal aus drei Festivals drei Folgen machen. Naja, absolut, ne, genau, und die Leute, gut, mein Lieber, so, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, Album, Empfehlung lassen wir ausfallen, da steigen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Sendung wieder mit ein. Ja, ich glaub, wir kommen doch bestimmt nochmal zusammen hier irgendwo dieses Jahr, oder? Ja, sicher. Ja, denke ich auch. Es war noch, es war noch einiges im Köcher, aber, äh, ich hoffe ja, dass du vielleicht zum Demortem kommst. Ja, das ist, ja, das ist ja momentan, wie gesagt, momentan brauchst du noch ein, äh, jetzt hatte ich fast Aria-Nachweis gesagt, momentan brauchst du ja den, äh, äh, ähm, ich weiß gar nicht, Impf-Nachweis, ja. Ja, ich glaub, das ist eine 2G-Veranstaltung. 2G, genau. Genau, und die große Frage ist halt, jetzt so bis dahin, ähm, kochen wir die ganze Scheiße jetzt endlich wieder runter, oder ziehen wir den Spaß, die Scheiße tatsächlich bis dahin durch? Pass auf, wenn du dich nicht impfen lassen willst, lässt du dich einfach kurz anstecken, ziehst das einmal durch, und dann ist auch der Tropfen durch. Ja, du, äh, äh, weißt du, mich will ja einfach keiner annießen, was ihr sonst so andeutscht habt, immer her mit damit, weißt du, mein Immunsystem, das nimmt das alles locker mit. Nee, aber jetzt ernsthaft, also die Sache ist die, dann fühlst du wenigstens irgendwas wieder. Eben, ne, genau, dann, äh, mein Stein, der tut mir dann auch vielleicht mal wieder weh, also das Gegenstück von Black Metal, Herz, weiß man ja, ähm, richtig, äh, also die Sache ist die, dass, ähm, dass, äh, ja, ich hoffe, dass ich das dem Mortum tatsächlich noch mitnehmen kann, ich hoffe natürlich auch, dass sich die Veranstaltungen, die momentan noch in Rostock bei uns anstehen, also, Stahlbeton und auch, ähm, ja, wie wir jetzt erfahren haben, haben wir ja einen Tag vorher auch in Rostock, äh, 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 kleine Zusammenkunft von, äh, ein paar Vendetta-Bands, ähm, dass das alles ist. Da hab ich übrigens richtig Bock drauf. Jaja, du, das wird ein richtig, das wird, äh, das wird, da werden wir uns schön die Brille bespielen, die zwei Tage, und, ähm, Da kannst du aber ein Gift drauf nehmen. Richtig, wenn ich, denn kommen darf, also ich komme gerne, ne, und ansonsten, weiß ich nicht, dann müsst ihr mich halt, äh, irgendwie ansonsten hinter dem Wandschrank, irgendwo in der Dachgeschosswohnung verstecken, ne, weißt du, ansonsten bin ich gerne da, und, ähm, ja, mach da auch mit, und dann können wir uns da gerne nochmal drüber unterhalten, ne, also von daher, ja, ne, aber ich merke auch schon so nach zwei Stunden, boah, ja, ne, und diesmal hatten wir nur eine Stunde angepeilt, nur so zur Info. Ja, Moment, 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 gerne, ne, aber ich hab mich innerlich natürlich auch wenigstens zwei Stunden eingestellt, weil du kennst mich, ich bin eher nicht so der, äh, der verbale Typ, ich schweige auch gerne, und, äh, ich hab natürlich gewusst, dass du dich da wieder, ne, exzessiv betätigen wirst, und deswegen. Entschuldige bitte, ich kann halt nicht, äh, an mich halten. Kannst nicht aus deiner Haut, das stimmt allerdings, ne, und deswegen bin ich ja da, um dich ab und zu mal ein bisschen runterzuholen, damit wir alle wieder irgendwann rechtzeitig an unsere Arbeitsplätze zurückkehren können. So, und an euch da draußen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Restsonntag, oder wann auch immer ihr das hört, und dann geht es in zwei Wochen regulär weiter. Das war jetzt eine Ausnahmesituation, weil wir Festivals hintereinander schnell abgefrühstückt haben wollten. Ähm, ja, ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch sehr gefallen, und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch noch einen schönen Resttag. Ja, äh, Dito, genau, macht's gut, und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.